Und das waren meine ersten Erfolgserlebnisse auch in der Grundschule. Ich habe da Zeug erzählt, gelogenen Kram irgendwie, immer wenn ich vom Urlaub kam, irgendwelche Märchen erzählen. Aber ich hatte dann immer so eine Traube um mich rum. Das war dann schnell meine Position, die ich gefunden habe, die mir unheimliches Selbstbewusstsein gegeben hat. Ich war jetzt weder der beste Sportler, noch war ich der stärkste und schönste. Und dann sucht man sich so als Kind und Jugendlicher so seine Nische und dann wusste ich ziemlich schnell, dass das ist es. Und damit kriege ich die Lehrer sogar in meinen Bann gezogen, die glauben mir das alles und die Mitschüler. Das hat mir immer sehr viel Halt gegeben und sehr großen Spaß gemacht und Befriedigung verschafft. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch erst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heinigen und ich hoffe natürlich, dass ihr Heinigen inzwischen kennt. Nicht nur im Allgemeinen, sondern auch hier als Dauersupporter vom Hotel Matze. Heinigen gehört hier dazu wie das Hotelschild zum Hotel, würde ich sagen. Für mich hat Bier trinken, ich weiß nicht, wie es euch geht, eine sehr, sehr soziale Komponente und deswegen trinke ich gerade wieder sehr, sehr viel Bier, sehr, sehr viel Heinigen 00. Das ist das Heinigen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Ich treffe Freunde und Freundinnen zum Feierabend und gemeinsam stoßen wir an, freuen uns, dass wir uns sehen können und haben eben einen guten Begleiter. Heinigen, manche trinken natürlich auch Heinigen mit Schuss. Das ist für mich total in Ordnung natürlich. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch viele, viele eurer Freunde draußen und drin wieder. Umarmt sie vielleicht auch schon mal zaghaft und stoßt miteinander an. Herzlichen Dank an Heinigen und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Daniel Brühl. Daniel Brühl ist Schauspieler und seit kurzem auch Regisseur. Ich habe Daniel zum ersten Mal in Nichts bereuen gesehen. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Danach habe ich Kinokarten für Das weiße Rauschen, Goodbye Lenin, die fetten Jahre sind vorbeigekauft. Die große Überraschung war dann, als er eine Rolle in Inglourias Bastards von Quentin Tarantino bekommen hat. Und das war jetzt auch nicht nur irgendwie eine Nebenrolle. Danach ging es international weiter. The First Avenger, The Alienist und sensationell in Rush. Da spielte nämlich Niki Lauda. Irgendwie ist es ihm gelungen, ein großer internationaler Star zu werden, aber ohne großes Primborium darum zu machen. Fast schon unauffällig. Ich habe mich sehr über seinen Besuch gefreut. Wir haben über das Regie-Debüt nebenan gesprochen. Morgen ist ein sehenswertes Kammerspiel. Statt Special Effects gibt es eine Berliner Eckkneipe, in der fast der komplette Film spielt. Auch hier unauffällig. Und man weiß auch nie, was als nächstes passiert. Wir reden also übers Geschichten erzählen. Wie gut er das kann, beweist er ganz am Ende vom Podcast. Davor geht es um seinen Antrieb, um den ewig inneren Nörgler und Zweifler. Die Frage, kann man gut werden, ohne zu hart zu sich selbst zu sein? Und ich wollte wissen, wann er eigentlich ungerecht und zum Arschloch wird. Ich hatte auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Zeit mit ihm. Und ich bin mir sicher, ihr werdet die auch haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Daniel Brühl. Ich bin ja ein Jahr jünger als du. Und ich habe vergessen, wie alt ich bin. Kennst du das jetzt auch schon im Alter? Also du bist jetzt ein Jahr älter. Dass man es nicht wahrhaben will? Oder verdrängt? Nee, ich habe wirklich gedacht, hat jemand geschrieben 42. Bin ich eigentlich 42 oder bin ich 41? Und das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich zum ersten Mal gehabt. Also kennst du das? Noch nicht. Oder habe ich mich neulich wieder im Jahr jünger gemacht? Ich habe mir, glaube ich, jetzt ein paar Mal schon den Scherz erlaubt, mich wieder ein paar Jahre jünger zu machen. Also der Beginn der Midlife-Crisis. Nee, ich habe es leider immer sehr präsent. Findest du das gut, älter zu werden? Du, im Endeffekt. Also bis jetzt habe ich noch kein Problem damit, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich dann mal war vor 10 oder 15 Jahren. Oh, der will man nicht mehr sein. Der will ich nicht sein. Einiges davon verarbeite ich ja auch in dem Film tatsächlich. Die Gockelhaftigkeit. Ja, die Gockelhaftigkeit. Die war jetzt nie so schlimm und ausgeprägt. Ich wollte schon deutlich da so ein Zeichen setzen gleich zu Anfang, dass wir uns da in einer Überhöhung befinden. Und in einer Komödie. Aber so anleihen. Also wenn ich mich dann jetzt von außen so betrachten würde, bin ich mir jetzt im Moment lieber. Also es wäre richtig schlimm, wenn du jetzt sagen würdest. Machst du also vor 10 Jahren. Ich finde mich jetzt so viel schlechter. In allen Sachen, die ich mache, fand ich. Wäre interessant. Ich frage mich, ob das wirklich jemand mal sagen würde und zugeben würde. Manchmal. Und ich frage mich auch, ob man das überhaupt weiß und wirklich wahrnehmen will. Das ist, bei manchen ist es ja so. Bei manchen Künstlern, du siehst ja. Ja. Also gerade bei Musikern fällt es mir immer auf und ich denke, oh Mensch. Ja, wäre ein guter Moment gewesen. Komm mal langsam. Denke ich mir tatsächlich auch bei vielen. In Würde altern. Also ich bin ja jetzt auch noch. Genau, du siehst mich ja mit meinen Chucks und so. Das finde ich noch okay. Ich glaube auch noch, wenn ich sie in 10 Jahren trage. Aber ich will jetzt nicht mit 50, dass der Turnschuh immer lauter wird und die Klamotten immer jünger und man sich in irgendein enges T-Shirt noch presst und in irgendwelchen engen Jeans und dann noch in den Clubs jedes Wochenende rumhüpft, in die eigentlich nur 20-Jährige gehen. Also das hoffe ich, dass das nicht passiert. Weiß man das denn aber jetzt schon, wie man dann sein wird? Ich denke und hoffe schon, aber kann ja sein, dass man da nochmal so einen Rappel kriegt und dann so jung bleiben will oder so und sowas. Das sieht man ja bei vielen Männern. Ich glaube, das ist, also Männer und Frauen, also immer bei beiden. Also wenn du das Gefühl hattest vor 10 Jahren, also wenn du jetzt rückblickend das Gefühl hast vor 10 Jahren, warst du nicht so, ich sag jetzt mal cool wie jetzt. Hattest du aber damals das Gefühl, dass du anders werden willst? Nee, ich fand mich damals, glaube ich, dufte. Also ich fand mich, glaube ich, immer okay, dem Alter entsprechend in Ordnung. In beruflicher Hinsicht habe ich schon lange Zeit so ein bisschen darunter gelitten sozusagen, dass ich immer jünger aussehe, als ich eigentlich bin. So ein bisschen so Babyface mäßig. Das war dann als Schauspieler, hat mich das dann irgendwann ein bisschen genervt, dass dann immer noch irgendwelche Bücher von Abiturienten, über Abiturienten, so irgendwie Coming-of-Age-Geschichten. Und dann war ich schon Ende 20. Nächstes Kapitel, ich werde jetzt mal einen Mann spielen. Und jetzt so langsam hat sich das erledigt, weil neulich meinte ich das noch zu meiner Frau. Naja, ich sehe ja immer noch und sie so, nö, nö, guck mal genau ein. Also du sagst jetzt, dass du nicht mehr so ganz so jung war siehst? Frag mal Tom Schilling. Ja, ja, genau. Ja, einer meiner, zu dem wurde ich dann auch, wir waren ihre ersten echten Berliner Freunde jetzt im Zuge zu Interviews zu meinem Film. Und dann fiel mir gleich Tom ein, den ich ja schon echt mein halbes Leben lang kenne. Der hatte das auch immer. Der hatte das wirklich ganz extrem. Das war ein besprochenes Thema, ja. Du, warst also die Premiere, war das jetzt Premiere bei der Berlinale oder wie nennt man das dann, jetzt vor drei Tagen? Ja, mein Gott, das war ja wirklich ein ständiges Hin und Her. Also das war jetzt die, wie nennen sie das dann, das Summer Special oder das Sommer Event, nachdem das ja im Februar nur eine Online-Version war. Und diese Pandemie hat ja meinen ganzen Film begleitet. Also die ging, brach ja so richtig los mit der ersten Woche der Proben. Also wirklich am ersten Probentag mit Peter Kurt machten wir dann die Nachrichten auf und dann ging es los. Und dann schien es ein paar Tage auch so, als könnte mir das Projekt wegbrechen. Also das war richtig heftig. Und dann ist es meinem Produzenten, dem Malte Grunert und den Verleihern und den Förderern zu verdanken, dass sie mir die Stange gehalten haben und dass wir das Ding machen konnten. Ich hatte ja ein pandemiefreundliches Stück mir da überlegt. Kann man spielen mit drei Schauspielern oder vier Schauspielern im Studio in einer Kneipe, war natürlich hilfreich. Aber trotzdem. Und dann wollte das Schicksal das so, dass ich am 16.06., also meinem Geburtstag letztes Jahr, den letzten Drehtag hatte. Und dementsprechend gelöst und zu Tränen gerührt war ich, weil ich dachte, wir haben den Film geschafft und es ist nichts passiert. Keiner ist krank geworden. Wir hatten keine Komplikationen, keine Unterbrechungen. Am Anfang halt eine Verschiebung, aber dann der Film als solches Dreharbeiten ging in einem gut durch. Und dann dachte man natürlich, naja, bei so einem Film ist ja ein Berlin-Film. Berlinale wäre schon schön. Und dann irgendwann im Spätsommer kam die unglaubliche E-Mail Berlinale und Wettbewerb auch noch mit einem Debütfilm. Das war natürlich der absolute Hammer. Und da dachte ich, na prima, sitzen wir alle zu tausend Leuten im Berlinale-Palast im Februar und alles ist wunderbar. Dann ging die Schose halt weiter. Dann hieß es online. Und dann haben sie so als Versprechen dann gesagt, nee, aber das wird dann im Sommer irgendwie nachgeholt. Aber dann dachte ich mir, ist das jetzt einfach nur so ein leeres Versprechen, weil wenn es dann immer noch so schlimm ist und so weiter. Also irgendwie nicht mehr dran geglaubt. Und dann vor relativ kurzer Zeit, also relativ spät kommuniziert wurde dann, dass es tatsächlich dazu kommt. Und wieder an meinem Geburtstag, dem 16. Ich nehme das mal als gutes Omen, aber gläubisch wie ich bin, war dann die wirkliche Premiere mit echten Menschen. Und es war sehr schön vorgestern. Also ich habe dann wirklich toll gefunden, was sie sich da überlegt haben, da in der Museumsinsel. Die Stimmung war auch wirklich sehr schön. Es war voll. Und genau, danach konnte ich sogar in meinem spanischen Tapas-Lokal, was es ja glücklicherweise auch noch gibt, wir haben es also irgendwie geschafft, da durchzurudern durch die Pandemie, dann meinen Geburtstag zu feiern. Ich war nicht da bei der Premiere. Ich habe den Film aber zu Hause online geguckt. Eine Freundin von mir war da und die hat mir geschrieben, dass du ein paar Tränen verdrückt hast auf der Bühne. Ja, ich mache das gerne. Ich bin wirklich nah am Wasser. Aber in dem Fall, nee, ich hatte mich relativ gut. Kann aber vielleicht so ausgesehen. Oder vielleicht habe ich es schon verdrängt. Ich habe mich gefragt, was das für Tränen gewesen wären. Ja, Tränen der wirklichen Freude und Erlösung sozusagen. Weil ich meine, das ist schon auch immer als Kinofilm geplant gewesen. Ich meine, jetzt mit dem, wie das Jahr so gelaufen ist, bin ich froh, auch wenn man es irgendwie online, wenn man es bei sich zu Hause schaut, Hauptsache man schaut sich den Film an. Aber das war schon ein Kinofilm, den wir fürs Kino geplant haben. Insofern war mir das sehr wichtig, dass es eine ordentliche Premiere mit großer Leinwand gibt. Du hast ja deinem Mitschauspieler, Peter, hier quasi ums Eck von der Idee, glaube ich, so ein bisschen erzählt. Also ich habe euch hier im, wie nennt sich die Kneipe gleich nochmal? Metzer Eck. Im Metzer Eck darüber unterhalten. Was hast du ihm erzählt, was das werden soll? Also stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt Peter Kurt und du erzählst mir von dieser Idee. Wie hast du es mir verkauft? Ja, ich habe ihn, der hat ja schon auch, wenn man ihn nicht kennt, eine, ja manchmal eine strenge Ausstrahlung und man merkt, das ist ein Typ. Das ist ein Kumpeltyp. Ja, aber dem kann man jetzt auch nicht irgendeinen Teppich verkaufen. Wir mussten sehr über unsere Unterschiedlichkeit lachen, dass ich halt auch dieser gute Laune Kölner bin, der dann jedes Mal dann meinte, ich kann es nicht mehr hören, sagte, wenn ich dann mit Späßchen statt einem Aktion oder statt einem Bitte als Kommando, habe ich immer gesagt, komm jetzt mit Späßchen. Lass es bitte. Und deshalb dachte ich irgendwie, bevor ich ihn dazu blubbere, lass uns dem, also Daniel Kehmann, ich lass uns dem wirklich eine gute Fassung, von der wir das Gefühl haben, das ist jetzt wirklich ein gutes Drehbuch. Lass uns dem die Fassung schicken und dieses Projekt für sich sprechen, also das Buch und ich will ihm nichts irgendwie davor sagen. So war das. Das heißt, wir hatten, ich weiß nicht, wie viel die Fassung es war, aber nochmal viel an den Figuren gearbeitet, auch an seiner und an einem gewissen Punkt dachten wir so, das ist jetzt gut genug, hoffentlich für Herrn Kurt. Weil der wirklich beim Schreiben von Anfang an feststand, lustigerweise bei mir und bei Kehmann. Kehmann fragte mich so, als es losging, wer schwebt dir vor und dann nannte ich den Namen, der meinte, das gibt es ja nicht, das ist auch mein Wunschkandidat. Und dann ist man natürlich sehr aufgeregt, wenn man das dann losschickt und innerhalb von 24 Stunden kam da so ein handgeschriebener Brief, in dem stand, dass er das als Geschenk empfindet, diese Rolle und beglückt zusagt. Und dann lud er mich ein ins Metzereck und dann fühlen wir uns erstmal um die Arme, das war noch vor Corona und da hatten wir tatsächlich wieder, also ich pippe in den Augen, er pippe in den Augen, Bierchen getrunken, Schnäpschen getrunken. Und nee, weil ich ihm gesagt habe, Alter, du bist halt auch der Film, das ist für mich schon auch die zentrale Figur, natürlich auch meine, die auf ihn reagiert. Aber das Ganze ging los mit hauptsächlich diesem Gegenüber, mit dieser Figur. Die Idee ist ja zu dir gekommen, also du hattest die Idee, also ich nehme an, die Idee kam irgendwann mal vorbeigeflattert. Ja, es beginnt ja häufig mit so einer Kleinigkeit, in dem Fall war es eine Beobachtung eigentlich in Barcelona, in so einem Tapas-Lokal. Weil ich lebte damals in diesem Alter, in dem ich mich jetzt nicht mehr so mögen würde. Da fand ich eine Wohnung, in die ich dann zog und das hat mich wahnsinnig stolz und glücklich gemacht, weil ich, das ist ja so die zweite Heimat, ich bin da geboren, aber immer wenn ich da war, war ich halt in der Wohnung meiner Eltern. Und ich dachte, ich will einmal ein Jahr in meinen eigenen Räumen leben und in dem Viertel, was ich so sehr mag. Und das habe ich dann halt auch geschafft. Und das Peinliche daran damals war es, dass ich jedem das auch so unbedingt zeigen wollte. Also ich bin dann immer ganz albern mit meinem Schlüsselanhänger durch die Straßen gerannt mit Lotz, ich bin jetzt nicht mehr im Hotel, ich wohne hier um die Ecke und habe jedem, den es nicht interessiert, auf dem Markt oder im Restaurant immer erzählt, ich wohne jetzt hier. Also auf Katalanisch und Spanisch, also gelaufen, das meine ich mit so. Wenn ich mich jetzt nochmal sehen würde, würde ich denken, Alter ey. Und und so, das dachte sich halt eben auch, so ein Brocken, der mir gegenüber saß im Restaurant, der hat dann nicht gezwinkert, das war echt so eine Kante. Und wie in so einem Sergio Leone Film, die ganze Zeit zu mir rüber geguckt, guckt der an mir vorbei, nee, der guckt schon mich an, findet mich richtig scheiße. Wie ich da sitze mit meinem tatsächlich Rollköfferchen, gerade aus Berlin eingeflogen und so extra laut redend mit den Kellnern in meinem FC Barcelona, so fachsimpelnd und so. Und da dachte ich, er findet mich richtig kacke. Und so während ich meinen Reis dann noch aß, habe ich dann mir vorgestellt, dass der so ein Gerüstarbeiter sein könnte, der an dem Haus, in dem ich da reingezogen bin in Barcelona arbeitet und so monatelang mich observiert vom Gerüst aus so in die Wohnung schaut und ganz viel über mich herausfindet. Und dann irgendwann eines schönen Tages wieder in diesem Lokal auf mich wartet und dann dieses Wortgefecht, dieses Duell anfängt. Und das fand ich, das stand schon irgendwie für mich fest, ein Kammerspiel hätte ich irgendwie Bock, zwei sehr ungleiche Typen. Und ich dachte, warum interessiert mich das Thema so? Naja, es hat wahrscheinlich mit Gentrifizierung zu tun, dass mir das so nahe geht, dass es sowas Persönliches ist, weil seit ich aus Köln weggezogen war, fühlte ich mich auch tatsächlich immer als so einer, dem es ein bisschen zu gut geht und der Privilegierte ist, der von außen kommt. Und ja, so ging es mir in Barcelona, so ging es mir in Berlin. Deshalb dachte ich, das ist irgendwie ein Thema, mit dem ich was anfangen kann. Und dann wusste ich damals schon, es könnte lustig sein, wenn ich so eine Figur, die an mir angelehnt ist, auseinandernehmen lasse und auch die Hosen runterlasse in dem Film. Das könnte, ich mag das immer beim Humor, wenn man sich da auch über sich selber lustig machen kann. Und viele haben sich dann gefragt, muss das denn unbedingt sein, Regie führen dann auch noch Hauptrolle? Ist das nicht auch in der vermeintlichen Uneitelkeit total eitel und größenwahnsinnig? Aber mir hat es einfach wahnsinnigen Halt gegeben. Ich hätte jetzt auch ein berühmter Architekt oder Politiker sein. Ich dachte, warum? Da habe ich ja nichts zu erzählen. Und deshalb habe ich mich schlussendlich dazu entschieden, das auch so zu machen. Ich habe es dann nur nach Berlin verlagert, weil es plötzlich dadurch noch viel zwingender und komplexer und besser wurde. Und ich noch mehr dazu zu erzählen hatte, dass ich zog dann nach ein paar Jahren innerhalb des Prenzlauer Bergs in so eine Hinterhof-Situation. Plötzlich dachte ich, ah nee, nicht Gerüstarbeiter, sondern einer, der ewig Zeit hat, mich zu studieren, nämlich der Nachbar. Und Nachbarschaft fand ich eh immer spannend, wer wohnt so nebeneinander und über einem, zum Teil ja über Jahrzehnte. Wie wenig weiß man eigentlich über die Nachbarn? Und dann fiel mir auf, ja, es gibt ja wirklich auch noch Originale aus dem Osten. Und wie komisch muss das auch für die gewesen sein, dass jetzt dieser Hayopay aus Köln dann einzieht damals und so. Und dann dachte ich, ist ja auch wieder total das Thema. Und auch meine Klemmigkeit, vor allen Dingen am Anfang, diese Inkohärenz, wieder dieser Typ da jetzt zu sein, da oben im Dachgeschoss und mich dann auch mit den Nachbarn immer extra zu öffnen. Und auch da wieder der nette Kölner, ne? Dachchen, hallo. Aber ist das der nette Kölner oder ist das auch, seht her, ich bin zwar der berühmte Daniel Brühl, aber ich bin einer von uns, ich nehme alle Pakete an. Genau, insofern hat sich auch vielleicht gar nicht so viel geändert. Wenn ich mich jetzt sehen würde, wie ich vor einem Monat war, hat sich vielleicht auch gar nicht so viel geändert. Es geht für mich in dem Film ja hauptsächlich um die Frage, wie sieht man sich selbst und wie sieht einen das Gegenüber? Und auch der Fremde oder der Nichtfremde, wie auch immer. Also es ist eigentlich so dieser Blick. Hast du das Gefühl, dass du dich kennst? Ja, ich, doch, ja, ich denke schon, weil ich zum Glück da so eine Erziehung genossen habe von Vater und Mutter, die da immer sehr eingewirkt haben. Auch als es dann so relativ turbulent losging bei mir, als ich noch sehr jung war. Ich meine, mein Vater kannte ja das Metier und hat dann immer gesagt, Junge, pass auf, weil man kennt das ja. Ja, das ist, wird anstrengend sein, das unter Beobachtung und unter Beurteilung ständiger zu stehen und sich an diesem Beruf so zu verlieren. Das weiß man ja, passiert vielen und das führt dann zu, ja, zu so Dingen wie, genau, Erschöpfung und Depression und an der Flasche hängen und all diesen Dingen. Und insofern habe ich immer auch die tollen Momente oder Erfolgsmomente, ich zum Beispiel, gut, bei Lenin war ja irre, was da auf mich hereinbrach, immer mit großer Vorsicht genossen. Weil ich von meinem Vater wusste, es fällt, tut verdammt weh, wenn man aus der fünften Etage fällt. Also es ist immer besser, wenn man 50 fährt und den Ball flach hält, auch wenn man gerade denkt, es hebt total ab. Manchmal habe ich es sogar ein bisschen übertrieben. Ich hätte gerne im Nachhinein vielleicht einige Momente noch bewusster in dem Moment genossen, weil ich ja schon wusste, dass es auch mal wieder anders kommt. Du wusstest es durch deinen Vater. Genau. Oder so, also so durch den. Genau. Und jetzt ja schon seit über zehn Jahren eine Psychologin an seiner Seite zu haben, ist auch hilfreich, muss ich sagen, weil wir auch viel darüber gesprochen haben. Und auf eine echt gute Art so, ne. Ist ja auch schwer, das ist für meine Frau, das zu trennen, ne. Ich bin ja kein Patient. Ich durfte das ja auch niemals sein. Also ich sitze da nicht, liege da nicht bei ihr auf der Couch. Aber trotzdem, klar, kennt sie sich ja aus. Und findet auch natürlich meinen Bereich total spannend, was das so mit den Leuten macht, ne. Und was sie dann auch an faszinierenden und schillernden Figuren in meinem Umfeld so erlebt hat. So Thema Narzissmus oder da hat sie ja schon die ersten Sachen erlebt und mit mir schon auch. Also unanstrengend ist das bestimmt nicht bei mir, weil nach außen verkaufe ich mich natürlich immer gerne als den lustigen, netten Kölner. Aber ich hab da so ein paar Macken, die langsam so ein bisschen besser werden, aber die schwer sind loszuwerden. Und meine Frau hilft dann tatsächlich damit, ne. Also zum Beispiel das Rumwühlen in der Vergangenheit und das Hätte, Hätte, das was einem so gar nichts bringt, sich da in so Loops zu verlieren, passiert mir bis heute. Ich überlege, wie viel Zeit dabei drauf gegangen wäre, statt einfach zu akzeptieren, dass man sich zu einem bestimmten Punkt für irgendetwas entschieden hat. Und das nun gar nichts bringt, sich zu überlegen, was passiert wäre, wenn man in die andere Richtung gegangen wäre. Was hat dir denn deine Frau, also die Psychologin beigebracht? Also die Frage war ja, kennst du dich selbst? Und durch deine Frau hast du dich besser kennengelernt? Was hat die dir für Fragen gestellt oder was hat sie dir sozusagen auch, also vielleicht, wenn man so das, vielleicht ist da jetzt jemand, der das zuhört und denkt, naja, also ich hab das Gefühl, ich kenn mich nicht so gut. Also was hat dir da geholfen, dich besser kennenzulernen? Tatsächlich bei so Amplituden in so Momenten, die unangenehm sind, kurz und innerliches Stopp zu sagen und innezuhalten und das wirklich in dem Moment sich genau anzuschauen. Also wirklich, du bist gerade im Loop? Wutanfall oder in einem Loop, da sich zu einer Unterbrechung, also das Versuchen kurz auf Pause zu drücken, wenn einem das gelingt. Und das ist, also, ja, ja, nee, und das klingt ja immer auch dann so küchenpsychisch, aber das ist wirklich dieses Thema, einfach dieser Achtsamkeit und wirklich in dem Moment und weder zurückzuschauen noch nach vorne. Das ist jetzt mal so ganz platt gesagt, was enorm ist. Aber das geht für dich, dass es wirklich in dem Moment ist, weil ich kenn das, wenn ich irgendwie so auf 180 bin oder so oder irgendwie so richtig in meinem Film bin, dass es für mich ganz schwer ist, wenn jemand sagt, ja, du bist gerade gestresst, dann bin ich ja, nee. Nee, genau, das potenziert und treibt einen an, das ist, ja, die hat natürlich dann ihre Skills und Knöpfe, klar, die das dann kurz machen, aber sie hat schon das Talent, dann wirklich diese Unterbrechung herbeizuführen, relativ schnell, den Moment zu unterbrechen und das ist wirklich irre. Dann relativiert man so schnell für sich, dann kommt man kurz runter, denkt auch schon an bestimmte Wörter oder an bestimmte Dinge, mit denen man sein Köpfchen dann mal kurz austricksen kann. Das gelingt tatsächlich ab und zu. Ich würde nicht sagen, dass es super läuft, aber das ist interessant, weil ich meine, natürlich merkt man das ja in der Erziehung der Kinder. Also es ist ja, wird ja jeder bestätigen können, wie irre das ist. Ich habe nichts mit meinen eigenen Eltern zu tun, Erziehungsmittel. Und dann hört man sich wirklich dieselben Sätze sagen, legt dasselbe Verhalten an den Tag, wo man merkt, dieses Modelllernen oder die Dinge, die in der Erziehung stattgefunden haben seit frühestem Alter, sind so tief in einem verankert, dass man sie nicht los wird. Und das Allermeiste, muss ich sagen, es gibt wenig, worüber ich mich beschweren könnte. Ich hatte wirklich Glück, muss ich sagen, in der Erziehung, die ich genossen habe. Aber so eine gewisse Art der Ungeduld und Fahrigkeit, die ich mitbekommen habe, die es auch in meiner Familie bei allen gibt, mehr oder weniger, die sehe ich jetzt auch an mir. Also das Ausgeglichen, das wäre so ein Wort, was so gar nicht auf mich passt oder zutrifft. Das ist wirklich interessant, weil, also zu mir wird es immer gesagt, du wirkst immer so ausgeglichen, Matze. Also mein erster Eindruck ist, würde ich sagen, ja. Und wir wohnen ja in einer relativ ähnlichen Umgebung und da denke ich, deswegen, ich war total überrascht, als ich in einem Interview, als du gesagt hast, dass du total impulsiv bist und auch je zornig bist. Und aus der Beobachtung auch, kann ich mir das auch bei dir gar nicht vorstellen. Ich war regelrecht so, hä, wie geht das denn? Also wie kann der dann auf 180 kommen? Und dann habe ich dich aber mal Tennis spielen sehen und dann habe ich ja gedacht, krass, der hat eine richtige Power. Wahnsinn. Also total geile, also so, du hast richtig Bumms. Ja, das ist ja, oh Gott, lustig, dann im Park wahrscheinlich. Ja, ja, das ist ja, das hat mir ja mir und meinem Kumpel das Leben gerettet, diese Stunde täglich. Ich glaube, wir waren ja vollkommen zwanghaft da, jeden Tag auch bei Minustemperaturen. Und irgendwann mit Skiunterwäsche standen wir da noch rum, weil das natürlich der Sport und vor allen Dingen der, das finde ich beim Tennis ja auch wunderbar, man sich wunderbar entladen kann. Und man kann sich aber auch da wieder so wahnsinnig schön aufregen, weil es hat nur was mit einem selber zu tun. Und wenn auch da zu viel wieder in der Birne los ist, ich habe das sofort gemerkt, wenn irgendwie jetzt irgendwas mit dem Film anstand, irgendeine Reaktion, die einem nicht gefallen hat und so, dann merkst du es auch sofort beim Spielen. Spielst du dann härter? Ja, 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 ja. Und dann wird es automatisch schlecht beim Tennis. Vor allen Dingen wird ja jeder kleine Fehler im Bewegungsablauf nicht verziehen. Und alles aus einer Lockerheit, was die Atmung angeht, was die Bewegungsabläufe, wird man ja, da musst du ja gar nicht so reinhauen. Und die Bälle kommen viel besser und platzierter. Das heißt, dieses Traufer und mein Kumpel ist ein sehr ausgeglichener Typ. Mein Bremer Freund Timon Modersohn, der lacht sich immer total ins Fäustchen, wenn er sieht, weil er weiß, er gewinnt dann eh jeden Punkt, wenn ich so drauf bin. Und er sich nie oder ganz selten da mal aus der Ruhe bringen lässt. Und ich bin dann, die Spieler gibt es ja auch nicht mehr, weil die richtigen Profis sind ja so intelligent, dass sie alle diese Mentalcoaches, haben. Deshalb spielen die ja alle auch so, dass sich keiner mehr auf dem Platz aufregt, wie damals McEnroe oder Ivanisevic oder ich weiß nicht. Oder auch Petrovic. Genau. Sie ja auch. Ja, ja, genau. Schläger zu hauen. Schläger zu hauen und so. Da bin ich vorsichtig, weil da kriege ich nicht 20 neue immer. Also das, aber auch das ist schon passiert. Ja, also das hat sehr, sehr gut getan während der Pandemie fürs Gemüt. Darf ich dich denn fragen, wann du zu einem Arschloch wirst? Also wann du so merkst oder wenn dir jemand sagt, oh, du bist echt ein Arsch jetzt gerade. Oder du manchmal vielleicht merken wir es ja auch selber. Ja, ich bin es tatsächlich häufig. Das ist immer witzig, weil ich bin es ja auch so gewohnt, dann doch leider durch den Beruf. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde es immer ein Problem, wenn die Schauspieler sich zu sehr darüber beschweren. Aber es ist ja schon so, dass man Gefahr läuft, dann schon bei irgendetwas gesehen oder erkannt zu werden. Das heißt, sobald ich auf die Straße gehe, werde ich natürlich vermeiden, so ein affiges Verhalten an den Tag zu legen. Deshalb meine arme Familie, die sind dann diejenigen, die das ertragen müssen. Oder bei der Arbeit ganz häufig. Jetzt, wo ich endlich mal selber Regie geführt habe, werde ich auf jeden Fall mein Verhalten Regisseuren gegenüber ändern, weil ich wie zickig und albern und aggressiv und bescheuert ich da schon war. Da muss ich mich wirklich auch im Nachhinein bei vielen entschuldigen. Die meisten wussten das dann richtig zu nehmen. Das ist nicht allzu ernst genommen, aber das kommt häufig so aus dem Nichts. Ist das eine Ungerechtigkeit? Oder sich ungerecht behandelt fühlen? Ja, es hat ja dann immer nur mit so einer Unzufriedenheit mit sich selber. Irgendwas brodelt dann und dann lässt man das an anderer Stelle raus. Und ich bin gerne ein Arschloch, wenn ich scheiße behandelt werde. Also wenn Leute dumm oder pampig oder frech mit mir, respektlos mit mir umgehen, dann werde ich gerne zum Arschloch. Das macht ja auch richtig Spaß. Und das passiert ja einem auch häufiger mal. So Momente sehe ich ja manchmal förmlich herbei, wo man die Berechtigung hat, dazu Arschloch zu sein. Aber das ist das negative Arschloch. Das ist dann ganz furchtbar. Der Moment, wo man sich dann auch so anguckt dabei. Man wird ja auch so hässlich dabei. Man sieht auf jeden Fall nicht attraktiv aus. Man sieht nicht attraktiv aus. Und dann, ich bin zum Glück immer schnell, gebe ich dann auch nach und es tut mir dann auch leid. Manchmal ist auch die Entschuldigung ein bisschen zu räudig oder zu schnell und zu doof. Da muss man ja auch manchmal ein bisschen vielleicht, wenn man ein richtiges Vollarschloch war. Was ist räudig und schnell? Was ist das? Wenn man nicht wieder so, ach tut mir leid, weiß doch. Ich bin eine Kerl da. Also da muss man seine Worte manchmal auch ein bisschen und sich wirklich entschuldigen. Das heißt, wenn du Kölsch redest, dann kann man dich nicht so richtig ernst nehmen. Ich verfall da ganz oft. Hat auch Bettina Rust gesagt. Es fällt dir mal auf, wie oft du das machst, aber es ist, das war schon immer so eine kleine, so ein Trick, eine Geheimwaffe, um Dinge zu relativieren, um gemocht zu werden. Setze ich das tatsächlich Zeit meines Lebens immer wieder ein, weil das ist, ich liebe den Dialekt und ich liebe, was der so widerspiegelt. Nämlich diese Gemütsart im Rheinischen, der Kölschen Art. Der hat so eine leichte, der hat eine Traurigkeit im Witz, hat so ein bisschen so was Verlierermäßiges. Und wenn man sich immer gerne lieber in den Tiefstatus bewegt als in den Hochstatus, wie ich das ja auch mal gerne mache, dann dient das immer prima dazu. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Motel One und wenn ich Motel One höre, dann denke ich an Reisen und ich freue mich, dass es jetzt so langsam wieder losgeht. Motel One ist ein waschechtes Münchner Kindl. Hier entstand 1999 die Idee für die Budget Design Hotels. Und auch heute haben sie ihren Hauptsitz in der bayerischen Metropole. Aber aus den damals zwei Häusern ist eine richtig, richtig große Familie geworden. In über zehn Ländern in ganz Europa findet ihr Motel One. Mit Motel One kann man sich ganz schnell wie zu Hause fühlen und dennoch einen Hauch von Exklusivität genießen. Ich freue mich auch, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ein paar Reisepläne stehen an und dann schenke ich natürlich auch wieder im Motel One ein. Das Thema Hygiene hat dabei natürlich Priorität. Ihr könnt euch also jederzeit sicher bei ihnen fühlen und das kenne ich auch noch vom letzten Jahr. Und mit ihren flexiblen Buchungsbedingungen stehen euch dabei alle Türen offen. In allen Motel One Standorten für alle individuellen Reservierungen bis Ende des Jahres werden euch eine kostenlose Umbuchung oder Stornierung angeboten. Vielen herzlichen Dank an Motel One für den Support. Mein heutiger Supporter ist Messenger People. Jeder oder jede von uns nutzt Messenger wie zum Beispiel WhatsApp, denke ich natürlich und ich nutze es auch. Bei Unternehmen ist das häufig auch noch nicht der Fall. Dabei wäre das doch eine ziemlich coole Sache, finde ich, die uns vieles vereinfachen würde. Weil man viel direkter und ohne Umwege miteinander kommunizieren kann. Wir machen das schon ziemlich lange bei Mitvergnügen, nutzen das zum Beispiel als internen Newsletter. Messenger People ermöglicht Unternehmen schon seit ein paar Jahren WhatsApp professionell zu nutzen und hat dafür eine ausgezeichnete Software entwickelt, die höchsten Datenschutzansprüchen genügt. Und das ist ja sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben die Messenger People all ihre Erfahrungen und viele, viele Best Practice in ein sogenanntes Playbook gepackt. Darin findet ihr alle Infos, wie viel seid ihr, ihr WhatsApp für euer Unternehmen einsetzen könnt. Egal, ob es ein kleines oder ein großes Unternehmen ist. Egal, ob für Marketing, Kundenservice oder auch den Verkauf. Das Messenger People Playbook mit vielen Praxisbeispielen von kleinen bis großen Unternehmen, wie gesagt, könnt ihr einfach auf messengerpeople.de slash huttematze als PDF runterladen. Den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Messenger People für das Playbook und für den Support. Und nun zurück zu Daniel Brühl. Was ist schwerer, sich in sich selbst hinein zu versetzen oder in andere? So in andere macht es mir mehr Freude. Macht es mir mehr Spaß, weil ich dann doch ein sehr egozentrischer Typ da ja auch bin. Also ich glaube, die meisten von uns in diesem Beruf sind das. Man kreist schon sehr um sich und ist eine narzisstische Züge, die ich auf jeden Fall habe. Und Eitelkeiten, die ich versuche gut zu kaschieren. Aber so und manchmal auch mir dann selber ein bisschen auf den Geks gehe. Und deshalb macht es natürlich immer totale Freude und ist so reizvoll, sich in andere Figuren hineinzudenken und sich da auch mal ein Stückchen weit zu verlassen. Das ist immer so ganz angenehm, wenn man sich selber dann in Phasen mal auch echt auf den Sack gehen kann. Du meinst, man kann sich entkommen, weil man einfach jemand anderes auch dann ist oder sich mehr so viel, viel mehr auch mit jemand anders beschäftigen muss. Genau, man kann ja auch von einer anderen Figur mal was lernen und dann auf sich selber in der Zeit auch mal wieder anders schauen. Kannst du denn aus dieser anderen Figur auf dich schauen und sagen, jetzt bin ich, keine Ahnung, Niki Lauda und sehe mich, also Niki Lauda super rational, wie es wirkt zumindest in dem Film und du sehr impulsiv. Und wenn jetzt Niki Lauda auf dich schaut, während du ihm spielst, dann ist das ja, glaube ich, einfach so ein anderer Blick. Also so ein Mensch, macht da gar keinen Sinn. Ja, absolut. Nee, nee, das habe ich schon getan. Ich habe, also da habe ich in der Zeit sowieso viel rausgezogen, weil ich den, so einen Menschen noch nie getroffen habe. Den du spielst nie. Das Glück, viel Zeit mit dem zu verbringen, das habe ich auch eingefordert, weil ich dachte, sonst kriege ich das nicht hin. Der war schon sehr weit von mir entfernt, so von allem. Und deshalb dachte ich, das wird nichts, wenn wir nicht Zeit miteinander haben und ich ein bisschen mehr über ihn erfahren kann. Und der hat mich einfach so beeindruckt, weil es einfach keinen Menschen in meinem Leben gab, der so, der so ist. Auch ein Mann, der auf, auch so vieles scheißt tatsächlich und so angstfrei ist. Das hat mir so imponiert. Und damit meine ich nicht, dass 250 kmh oder 300 kmh fahren und nach so einem Unfall auch nochmal ins Auto zu steigen. Also diese athletische, dieser Mut und Angstfreiheit, sondern im Sozialen auch, also so auf die Meinung zu scheißen. Und das hat er mir wirklich auch nahegelegt, auch was das Rangehen an die Arbeit angeht, meinte er jetzt, weil ich meinte, ey, die Österreicher seid schon hart. Also hier deine, deine Clique. Ich habe ja irgendwann aufgehört, aufs Klo zu gehen, weil ich wusste, sobald ich jetzt pinkeln gehe, fangen die an hinter mir. Das ist das Beef-Gehir. Die sind ja da. Und Niki, mal scheiß doch drauf. Konzentrierst dich jetzt auf die Arbeit. Das ist doch völlig vollkommen Käse, was die, was die, was die Heinis hier jetzt schon für Vorurteile haben, bevor du überhaupt angefangen hast. Also entspann dich. Und das hat mir natürlich enorm auch bei der Arbeit geholfen, da seine Rückendeckung zu spüren. Und ich fand es auch irre als Mann, was das Thema Eitelkeit, was mir das als Schauspieler, auch diese Albernheit bei sich selber, ne, mit, die sich jetzt noch in Grenzen hält. Aber wie wird das auch, das so in zehn Jahren mit dem Älterwerden und so. Und dann wusste ich ja von ihm, dass nach diesen Verbrennungen, diesem Unfall schon die Chance bestanden hat, da was zu machen, ne, dass es anders aussieht und weniger schlimm aussieht. Da hat er drauf geschissen. Da hat er mir auch selber erzählt. Warum? Die Leute wissen jetzt, dass ich da halb verbrannt bin. Dann sehe ich jetzt auch so aus. Und wenn sich die Kinder auf der Straße hier und da mal gruseln, ja, mei. In einem Interview, was ich auch nie vergessen werde. Also auch zu spüren, zu sehen, wie gesund und heilsam Sinn für Humor sein kann und wie attraktiv man auch, auch er dadurch wurde. Also in einem Live-Interview einer Amerikanerin mit so strahlend weißen Zähnen standen wir nebeneinander, ihn gefragt, was er denn jetzt so wirklich zu dem Film beigetragen hätte. Und er meinte dann nur so, well, I organized the barbecue und zeigte auf sein Gesicht. Das war echt so hart. Und die ist so wie Amerikanerin, gar nicht drauf gleich. Und ich bin zusammengebrochen. Das ist so herrlich. Und das hat mir total viel gegeben und mich wahnsinnig bestärkt in der Zeit. Damals vor allen Dingen akut in der Bewältigung der Rolle und Auseinandersetzung mit der Rolle, aber auch nachhaltig. Ich denke noch häufig an den und denke mir, Mann, ey, was für eine coole Socke. Scheiß auf die Stimmen in deinem Kopf. Scheiß auf das, was die Leute sagen. Aber am Ende ist es ja doch eigentlich, also als Schauspieler und so wie ich so deine Biografie gelesen habe, da geht man irgendwann Kasperle-Theater zu Hause spielen und Hörspiele machen und auf eine Bühne gehen als Sänger und so merken, ah, da kommt eine Bestätigung und die finde ich ja auch gut. Also eigentlich ist das ja, man möchte ja die Bestätigung. Und dadurch passiert das ja überhaupt. Und dann kommt irgendwann so ein Niki Lauda und sagt, scheiß auf diese Bestätigung. Wie hat sich so deine Arbeit dadurch verändert? Also weil das ja, dieser Drang nach draußen, den brauchst du ja eigentlich. Ja, total. Und ich meine, das geht ja auch nicht mal eben weg, auch nicht durch so ein, durch eine Begegnung mit so jemandem, der das einfach schon immer so gefühlt und gelebt hat, einfach charakterlich auch so ist. Und ich hatte schon nämlich auch das Gefühl, dass auch die Erfolgsmomente ihm nicht so nahe gehen. Ich glaube, Rafa Nadal hat das jetzt beim Tennis auch gesagt, nachdem er rausgeflogen ist, was auch okay ist, wenn man das, wie oft gewonnen hat, zwölf, dreizehn Mal. Aber er gesagt hat, ich nehme mir weder so eine Niederlage jetzt zu Herzen, aber auch ehrlich gesagt flippe ich nicht zu sehr aus, wenn ich gewinne. Das sind dann so Maschinen, die einfach immer weitermachen. Und das bin ich nicht. Das heißt, das bewegt mich immer noch sehr, Reaktionen und sind aber auch die Motivation, dass ich das mache, was ich mache. Es macht mir Spaß, mich dem auszusetzen. Genau. Und freue mich natürlich dann, wenn es gut gelaufen ist. Also jetzt bei diesem Filmprojekt habe ich so viel aus dem Prozess herausgezogen, dass ich mir da wirklich gesagt hatte, da kommen jetzt Pfeif drauf, wenn dann Leute sagen, es ist kacke geworden, weil dieser Weg war so schön und so lehrreich und so bereichernd, wie eigentlich noch nie irgendwas, was ich beruflich gemacht habe. Das war also wirklich so ein wunderbarer Prozess, mal aus keinem Bereich ausgeschlossen zu sein und vom Drehbuchschreiben bis zur Mischung an allem beteiligt zu sein. Und dann kommt der Film raus und dann geht es halt doch wieder los. Die kleinen Teufelchen, die sagen, ja hoffentlich die Kritiken, mal gucken. Dann lief das ja auch gut und trotzdem bin ich, das ist halt auch mein Ding, immer das halbleere Glas und nicht das halbvolle. Das heißt von zehn Kritiken, eine schlechter, dann bleibe ich natürlich bei der schlechten. Jetzt habe ich mir auch da einen Journalisten, der schon eh so einen Mist geschrieben hatte, habe ich mir auch nochmal gekreilt. Der wollte, naja, ich kann es nicht sagen, aber ich habe mich richtig mit dem angelegt. Der wollte dann tatsächlich doch nochmal ein Interview für mich. Was, der Zwockel? Was will denn der jetzt noch irgendwie? Ein kleines Restchen Hoffnung, dass er sagt, ich habe es nochmal geguckt, Mensch, es war super. Natürlich nicht, aber noch eins. Und er blöd dabei, verkniffen, humorlos. Und das ist auch das Dumme bei uns in dem Beruf. Also dieses, das Zurückschlagen kommt so oft zu unsouverän und beleidigt daher. Und es interessiert auch keinen mehr. Es steht irgendeine scheiß Kritik und dann ein empörter Leserbrief von einem. Ah, liest sich den kaum einer durch. Und wenn, dann kommt es immer so. Und das habe ich ihm auch gesagt. Das ist dann doch eher immer so, es ist schwer darauf zu reagieren. Also und dann habe ich ihn gefragt, ob er mal so persönliche Kritik knallhart wahrnimmt für sich als Journalist. Und dann meint er schon. Und dann meinte ich, ach so, naja, stimmt. Jetzt, wo es mir auffällt, sie haben doch so einen völligen Mistartikel über diese Alles-Dicht-Machen-Bewegung geschrieben. Und naja, jetzt wird es ja immer konkreter. Irgendwann kommt man auch drauf, wer es vielleicht war. Aber dann höre ich an dieser Stelle auf. Aber genau, da werde ich auch wieder auf eine Art so einem Arschloch und biestig und muss dann aber auch aufpassen, dass ich souverän war. Ich fand ihn sehr unsouverän, aber vielleicht wirklich dadurch dann auch unsouverän. Man muss, das ist halt auch eine Kunst, wenn man sich auffrägt, das gut zu machen. Also nicht zu emotional zu werden. Wobei ich aber finde, das ist manchmal so ein, das machen ja gerade alle. Also alle versuchen ja immer so die coolsten Menschen der Welt zu sein. Also auch, also gerade durch Social Media und genau, weil man, ja, dann wirkt man ja dann so. Und ich habe in dieser Woche hier Margarete Stukowski interviewt. Und die hat hier wirklich einen Typen, der einen Artikel über sie geschrieben hat, den hat die wirklich, ich habe gedacht, oh Gott, wenn der das hört, das ist ja, oh Gott, das tut mir leid. Und die hat dann einfach platt gemacht nochmal und gesagt, was das für ein Idiot war. Und ich fand das irgendwie auch, dachte ich, ich kann es auch voll nachvollziehen, weil das ist eine Arbeit, das ist ein Aussetzen, es ist ein Projekt. Also vielleicht war es bei dir die Zeit, weiß ich nicht, aber ich habe eine Kritik gelesen, wo ich dachte, krass, da sitzt ja jemand dran, der ganz lange an etwas arbeitet. Und der ganz lange, also in deinem Fall, das habe ich dir jetzt schon davor auch gesagt, ich möchte dir auch nochmal sagen, weil ich, wenn man als Daniel Brühle den ersten Film macht, normalerweise, also die meisten, die ich kenne, die man in Deutschland kennt, machen das ganz anders. Die nehmen sich ihre besten Buddies, die die meisten Instagram-Follower haben und machen eine lustige Komödie. Und sagen wir mal so, Peter Kurt ist jetzt nicht Fame auf Instagram und das dann so, das schreibt sich natürlich total schön. Es macht ja auch Spaß, sowas zu schreiben, aber das ist halt, denke ich mir, das kann eigentlich nicht sein. Also auf der anderen Seite, der Beruf ist natürlich auch der Beruf des Kritikers. Ja, nee, nee, klar. Und ich meine, und es gibt ja auch gute, schlechte Kritiken, ne? Genau, wenn die einem weiterhelfen, genau, ja. Und ich bin sehr selbstkritisch, das kann man mir wirklich glauben. Also die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, wissen, wie ich ständig an mir… Konstruktivus negativus. Ja, ja, genau. Die nannte dich Dakota Fanning. Ja, und es ist manchmal geht auch so weit, dass es auch wirklich für die eigene Arbeit und für das Ganze nur einfach nicht förderlich ist, ne? Weil man dann auch, das ist so energieraubend, nicht nur seine, sondern auch fürs Umfeld. Das hat sie dann so genervt, ich meine, das ist Abbiegen, das ist destruktivus negativus. Das ist jetzt, glaube ich, durch die eigene Arbeit, wie gesagt, dann wird das hoffentlich besser, dann bei den nächsten Projekten mit diesen depperten Ausbrüchen. Aber wenn man denkt, eine Scheißkritik ist auch scheiße, weil sie, weil ich rauslesen kann, dass sie persönlicher ist, dass ich dem Typen auf den Sack gehe und er das damit dann vertauscht, dass es nicht wirklich nur beim Film bleibt, nicht so richtig, sondern auch… Das kannst du dann schon auch… Ich lese das manchmal, ja, manchmal lese ich das raus. Also manchmal finde ich es dann irgendwie, wenn so bestimmte Sachen, die dem Film vorgeworfen werden, irgendwie nicht stimmen einfach, dann werde ich halt fuchsig. So, und das war der Fall. Hast du denn mal eine Kritik bekommen, die dir wirklich geholfen hat? Also wo du dir nachgemerkt hast, ja, okay. Also ich gebe dir ein anderes Beispiel, ich gebe dir vielleicht ein Beispiel zum Übrigen, Atze Schröder war hier und der sagte, der hat sich einfach gearbeitet, 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 hat den ersten Tag mal nicht gearbeitet, hat die Zeitung aufgeschlagen und da stand groß, Atze nervt. Und er war so, oh, und hat aber gedacht, stimmt, ich mache einfach zu viel, ich nerve wirklich. Und hat dann sozusagen, hat dann den Gang zurückgeschlagen und das dachte ich, ah, okay, also eine Kritik kann ja auch einem etwas zeigen. Gab es einen Moment mal für dich? Ich komme jetzt konkret nicht auf, auf was gerade, was interessant wäre. Also natürlich ständig jetzt bei der Arbeit, wenn ein Regisseur sagt, so, das war jetzt irgendwie ganz nett, aber irgendwie, nee, wir müssen ganz anders vorgehen. Wir sind mehr Späßchen. Wir sind mehr Späßchen oder so. Irgendwie, also so, das ist natürlich permanent und schon auch so generelle Sachen. Vielleicht denke ich da nochmal kurz drüber nach und komme am Ende nochmal drauf. Ja, ich mache mir mal eine Wiedervorlage. Musstest du, also für mich, in meiner Vorstellung ist ein Regisseur, also muss eigentlich ein Control-Freak sein. Musstest du einer werden, mehr, noch mehr Control-Freak werden, als du vielleicht sogar schon bist? Ja, noch einen Tacken mehr, ja, und fokussierter zu sein. Und das geht vielleicht auch in den Bereich der Kritik, die ich mir mal, genau, vielleicht habe ich ja gleich ein Beispiel, nicht zu sehr gefallen zu wollen, weil das häufig dazu führt, dass du da als Regisseur schlicht und ergreifend, blöd gesagt, Zeit verlierst. Man muss effizienter und schneller für sich in die Gänge kommen und muss dann manchmal auch entschiedener sein. Und da ich sehr konfliktscheu bin und es den Leuten halt so oft recht machen will und da wieder der Kölner rausblitzt, ist es dann so, wenn du zum Beispiel da am Drehtag bist und dir eine Schauspielerin, eine Schauspielerin Vorschläge macht, da nicht zu sagen, ah ja, das ist auch interessant, ah ja, ja, das ist auch eine schöne Idee, zu sagen, bei den Sachen, die man dann wirklich Käse findet, zu sagen, nee, das kann ich irgendwie, nee, kann ich wirklich tatsächlich gar nichts mit anfangen. Da brichst du dir in manchen Leuten ja auch manchmal das Herz. Ich weiß, wie das dann als Schauspieler ist. Du hast dir da echt Gedanken und Ideen gemacht. So, überhaupt Ideen des Schauspielers, die auch so viel Zeit haben. Und das wird auch in Zukunft dann auch weniger werden bei mir. Ich werde mir noch dreimal überlegen, mit welcher von meinen zehn Ideen ich jetzt wirklich zum Regisseur gehe, während der ganz andere Sachen zu regeln hat und ich gar nicht im Bild bin, sondern die Szene erst in der Woche gedreht wird. So, hast du nochmal Menschen? Ich werde mir überlegen. Du gerade, und ich habe das auch so, weil ich so oft beleidigt bin, und ich habe so gesagt, du gerade, echt ungünstiger Moment. Ich so, okay, okay. Hallo, weißt du, wer ist denn? Ja, ja, hallo. Oh, genau. Und diesmal musste ich das, genau. Und diesmal musste ich selber so tun. Und das war total gegen meinen, da nicht wieder vorzuheucheln. Ach, wie interessant, das ist eine super Idee. Ach, wie schön. Und das hast du ja, sondern zu sagen, du, ganz ehrlich, ist so, geht gerade wirklich nicht. Und abgesehen davon, nee, es ist auch keine gute Idee. Aber die andere, die du hast, die ist gut. Das kannst du jetzt sagen? Also kannst du jetzt besser sagen? Ja, jetzt mit rein, tatsächlich, auch durch diese Arbeit jetzt, weil ich merke, wie viel Zeit ich damit verliere, tatsächlich. Also, und meine Frau sagt ja auch immer, sie findet es bewundernswert im Alltag, dass ich dann auch wirklich bei jedem Gespräch, was mir aufgezwängt wird, dann auch stehen bleibe. Sie geht dann manchmal auch schon vor. Sie meint, ich würde die Einkäufe und das mit den Kindern gar nicht geregelt kriegen, wenn ich bei jedem irgendwie stehen bleibe. Und sie sagt mir dann auch, ich weiß schon, du genießt das auch ein bisschen, das Pläusch hier mit dem, aber irgendwann reiht. Also, dass du da noch Bock drauf hast. Und ich so, nee, es ist ja nicht immer Bock drauf zu haben, manchmal auch das, sondern das Nichtwissen, anders damit umzugehen. Also, wirklich dieses, ja, dieses Gefallen wollen, dieses Konfliktscheue, das ist auf jeden Fall ein großer Teil von mir. Ja, der Udo Weiz sagte mal, ich gehe jetzt mal ins KDW, um erkannt zu werden. Ja, genau. Mal wieder fürs, genau. Mal ein bisschen gut, ein bisschen erkannt werden wollen. Das fand ich total gut. Was gibt dir die Kontrolle jetzt? Also, wenn du merkst, ich habe jetzt die Kontrolle, ich bin der Regisseur, du hast dir ja auch wirklich genommen, die Kontrolle, vom Buch, von allem, du bist überall dabei jetzt. Was ist der Vorteil von so viel Kontrolle? Ruhe eigentlich. Ruhe im Kopf. Ruhe im Kopf. Das Rauschen wird ausgeschlagen. Weil du keine Annahmen mehr hast? Nee, keine Zweifel mehr. Also, ich habe von einem Regisseur, bei dem ich nur eine kleine Rolle hatte, bei Kingsman, Matthew Vaughn, sehr spezieller Typ, sehr von sich überzeugt. Aber ich kam sehr gut mit dem klar. Und der meinte zu mir, weil ich das dann paar Regisseuren im Vorfeld erzählte, sag mal, habt ihr irgendeinen Tipp, weil ich mache das jetzt zum ersten Mal? Und dann sagte er, immer eine Entscheidung fällen, auch wenn es die falsche ist. Relativ schnell Entscheidungen fällen, nicht straucheln. Wenn der Kapitän anfängt rumzurudern, komisch, dann merkt es das Team und das willst du nicht haben am Set. Und so habe ich es dann auch beherzigt. Und man muss bei vielen Sachen, für die du normalerweise irgendwie Tage bräuchte, und das geht bis ins Kleinste, dass kurzfristig gefragt wird, welches Kostüm morgen für die eine Szene im Nebenstand, blau oder rot. Und dann nicht, wie ich sonst dazu sage, gute Frage. Sondern sagen, blau. Und dann auch dazu zu stehen. Aber nicht zu sagen, entscheide du? Nee, selber entscheiden. Und das hat mir auch spart, das habe ich auch selber eingefordert. Also nicht so weit, dann Konflikt oder ängstlich dabei zu sein, sondern schon am Ende des Tages das Heft in die Hand zu nehmen. Also da schon den Mut dazu haben, das zu tun. Und beim Film, wenn man es richtig macht, auch als Regisseur, ist es ja eh ein totales Miteinander. Also ich war der Letzte. Ich habe auch die Hosen runtergelassen und habe bei ganz vielen Leuten gesagt, eingangs, es wird ganz viele Momente geben, wo ich euch ganz ehrlich sagen muss, ich weiß es nicht, ich mache das zum ersten Mal, ganz viele technische Fragen, auch was Kamera angeht und überhaupt in vielen, vielen Bereichen. Das heißt, belehrt mich eines Besseren, wenn das, was ich vorschlage, wirklich komplett doof ist. Aber... Hat keiner gemacht. Selten. Die haben so getan, die haben wie du. Und am nächsten Tag standst du im roten Kleid. Das geht es dir eh wieder. Genau. Wir drehen doch die Szene in einem blauen Zimmer. Natürlich hat es das rote Kleid. Nee, also ich, nee, das war ein wunderbares. Und auch da wieder, so ist es, wie ich eigentlich arbeiten möchte. Vielleicht hat das auch so eine große Befriedigung, jetzt wo ich drüber nachdenke, bei mir hinterlassen diese Arbeit, ist, dass es dieses Arbeitsklima ist, dieses auf Augenhöhe und Respekt sich behandeln, was ich manchmal so nervig finde bei Filmdreharbeiten und in vielen Bereichen, wenn zu viele Ego-Befindlichkeiten, zu viel Geschisse, zu viel Hierarchie, zu viel so ein Kack vorherrscht. Das ist, wie ich finde, immer kontraproduktiv. In dem Fall war das sehr demokratisch und sehr frei und leicht tatsächlich. Und ich habe dem Kameramann und dem Regie-Assi, das waren so meine ganz, ganz engen, gesagt, jemand muss ja auch auf mein Spiel schauen. Das kann jetzt nicht, will ich nicht nur selber. Und sagt mir, wenn es echt schlecht war. So, das ist dann erst mal komisch, weil das war auch manchmal der Fall. War einfach noch nicht gut. Selbst wenn man selber dachte. Und dann sagen die dir, nee, war irgendwie nicht gut. Und das dann anzunehmen und zu wissen, dass das nicht daher rührt, mir jetzt irgendwie schlechte Laune bereiten zu wollen, sondern im Sinne des ganzen Produkts. Weil alle wirklich gerne bei diesem Film mitgemacht haben, der ja auf einer Idee von mir beruht. Das heißt, die nehmen sich alle die Zeit und arbeiten hart, weil sie an diese Geschichte glauben. Und das allein ist doch schon so toll, dass ich dann auch gerne bereit bin, wenn jemand mir sagt, das war jetzt echt Käse oder eine Regie-Anweisung. Nö, Peter weiß ich, ob er das mal gemacht hat, aber es ist bestimmt vorgekommen, dass er meinte, nee, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Finde ich falsch. Und da nochmal drüber nachzudenken und dann vielleicht schlussendlich dann dazu zu kommen, okay, dann war das jetzt vielleicht falsch. Machen wir trotzdem nochmal eine so. Und danach machen wir aber so eine, wie du meinst. Also dieses respektvolle Miteinander, wo man nicht laut werden muss. Und bei den Filmen, die ich gemacht habe, wo mir die Ehre zuteil wurde, mit so ganz großen Regisseuren zu arbeiten, die nie laut werden müssen. So Ron Howard zum Beispiel, bei Rush tatsächlich auch. Das fand ich erstaunlich, weil die Autorität, die er hatte, wurde nie in Frage gestellt. Aber der brauchte halt nicht. Woher kommt das? Das ist, glaube ich, auch so eine Erziehungssache, Charaktersache. Ich glaube, der war schon immer so, der ist der Typ aus Happy Days. Das ist so dieser mit dem Sommersprossen lachende, so aus Oklahoma. So ein Typ ist, ich habe auch die Familie kennengelernt, die sind alle so, die Amerikaner, wie man sie mag. So strahlend und positiv und euphorisch. Aber dass er sich das in dieser Hollywood-Maschinerie über all die Jahrzehnte erhalten hat, das ist das Erstaunliche. Wir müssen irgendwie ein starkes Fundament haben, um so noch zu sein. Ich weiß nicht, wie alt er war bei uns, aber da hat er schon wirklich einiges gemacht. Also sein ganzes Leben im Prinzip in dieser Industrie verbracht. Und da jetzt nicht irgendwie Kirre bei zu werden, das ist das Erstaunliche. Bei diesen Entscheidungen, ist das für dich jetzt einfacher? Also es gibt ja so Entscheidungen, was meinst du? Ich sage nein, dann redet man miteinander und findet eine Lösung gemeinsam mäßig. Hippie, Kösch, könnte man vielleicht sagen. Ist es für dich einfacher oder hast du gemerkt, dass es leichter ist zu sagen, so nee, so machen wir das jetzt? Und dann auch gar nicht mehr, wir finden jetzt gemeinsam eine Lösung und man ist sofort konstruiert, also nach dem Motto. Es gibt auch Leute, die sind so ein bisschen, du merkst das schnell, also worin ich glaube ich echt ganz gut bin, ist schnell so ein Riecher, wie so Leute ticken. Da habe ich schnell und früh schon immer eine gute Antenne gehabt. Und die war auch wichtig für mich, auch wenn man so einen Beruf macht, weil man will dann auch schnell rausfinden, wie groß ist das Interesse an mir denn wirklich und so. Meinst du so im Sinne von, ist es jetzt der Ruhm, der dich gerade anspricht oder ist das wirklich Daniel? Genau, weil irgendwann merkt man schon so, ich merke das auch jetzt noch so phasenweise, läuft gerade was oder läuft was gerade nicht, wenn was gerade läuft, dann hat man wieder so ein kleines Schwärmchen um sich und plötzlich meldet sich wieder derjenige. Und dann, da muss man halt, da entwickelt man so einen Riecher, beziehungsweise da hatte ich immer so einen relativ guten Riecher. Und das ist mir jetzt bei der Arbeit auch schnell aufgefallen. Wer mir wirklich penetrant werden könnte oder wer mir tendenziell ein bisschen zu viel Zeit und Raum einnimmt, das ist ja bei manchen Schauspielern auch einfach der Fall und manche brauchen das gar nicht. Ich meine, Peter, der alles recht gehabt hätte, den ganzen Raum einzunehmen und den für sich zu beanspruchen von mir, macht das halt nicht. Also das ist schon erstaunlich, sondern, und der hat in keinem Moment, und ich meine, das ist ja ein Viech, im Film, im Theater so, also der hat ja nur einiges auf dem Kerbholz, so einem Regie-Debütanten wie mir auch nie das Gefühl zu geben, ah, Jungchen, das weiß ich doch besser, sondern überhaupt nicht. Wirklich sehr konzentriert und gut zugehört hat und mir dann auch gesagt, das hast du gut gemacht so. Im Sinne von, hast du gut als Regisseur auch gemacht. Das hat mir total viel bedeutet, weil das ist jetzt nicht ein Typ, der einfach nur so mit, so wie ich als Kölner, mit Komplimenten nur so um sich schmeißt, damit alle einen mögen, sondern der macht das ja auf seine, auf seine mecklenburgische Art. Und dann bedeutet einem das umso mehr. Und, aber es, genau, es ist mir häufig bei Arbeiten schon aufgefallen, dass so Leute zu viel Zeit und Traum einnehmen. Wenn mir das auffällt, wenn es auch wirklich ein bisschen nur darum geht, dann habe ich auch gesagt, Schluss jetzt, nee, ich kann jetzt nicht zuhören oder beziehungsweise ich habe zugehört. Das und das war gut, der Rest ist Käse. Schluss aus, keine Diskussion mehr. Das kannst du jetzt, cool. Hat dir das auch als Vater geholfen? Als was? Als Vater? Als Vater. Naja, also die Kinder können ja auch durchaus Beratungsresistenz und haben sehr, sehr starken Willen. Der Erste kommt sehr nach mir. Das ist ja auch das Bizarre. Das ist manchmal wie ein Spiegelbild. Und ich weiß, genauso dickköpfig und hardcore und dann auch dramatisch und aufbrausend wie, naja, klar, meine Frau sagt dann Modell. Ich meine, der hat es doch, der hat es doch hier. Der hat es doch, guck dich doch mal an. Das ist auch wieder der Moment, wo man kurz auf Pause trinkt und sagt, was meinst du denn? Ah ja, vielleicht, okay. Nochmal, mit ein bisschen mehr Geduld sich in dem Moment auf das Kind einlassen, dann merkt man, dass man auch in vielen Momenten plötzlich besser mitfährt. Aber es ist schwer. Ja, ja. Dieses Destruktive und Negative. Ich glaube ja, oder es ist eine These, dass man, wenn man etwas gut sein will und richtig, richtig gut sein will, muss man eigentlich auch das haben, glaube ich. Oder hast du eine andere Erfahrung? Nee, das stimmt. Und man hält das nicht länger durch und kommt auch nicht an gewisse Punkte. Wenn man nicht hart ist. Die man, ja, ist schon so. Das ist leider die Erkenntnis. Und deshalb geht es um eine gute Balance da zu schaffen. Weil es ist einfach so angenehm, wenn man ein gutes Resultat, wo es ja nicht an Härte fehlen darf, aber trotzdem den Ton wahrt und respektvoll ist. Problem, was ich nur bei mir gesehen habe und auch bei anderen Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe, wenn es kippt und wenn es flippt permanent und der Ton hässlich wird, dann werden Ängste ausgelöst. Dann werden, dann wird es schwierig. Dann ist der Vibe vergiftet. Und dann macht das Arbeiten irgendwann auch nicht mehr Spaß. Unter solchen Umständen können auch großartige, wie man ja auch aus der Filmgeschichte weiß, Resultate. Ich glaube, es war mit Stanley Kubrick und mit Coppola und mit vielen war es, glaube ich, kein Vergnügen zu drehen. Man weiß, was da für Filme rausgekommen sind. Aber dieses, nur unter Schmerz kann was Tolles entstehen, ist eigentlich ätzend. Und das gilt es zu vermeiden. Aber dieses zu, das laissez-faire oder dieses permanente, gute Laune, Prosecco-Gefühl, dem traue ich auch überhaupt nicht. Sondern, genau, man muss, wenn nötig, die entschiedene Entschiedenheit und auch Härte an den Tag legen. Und wenn ich das auch schon nicht nach außen der Arbeit mache, bin ich ja, wenn ich mit mir ganz alleine bin, gehe ich auch total permanent noch hart ins Gericht. Und auch das, denke ich, ist manchmal ein bisschen destruktivus, negativus und kräftezehrend. Aber lieber so, als dass ich mich permanent geil finden würde und es alles super ist, mein ganzes Leben und überhaupt und wie ich bin und wie ich aussehe und was ich mache und so. Und ich kenne schon auch Kandidaten, die da deutlich eitler sind und die gehen mir auf den Keks. Also privat oder auch, wenn ich sie sehe, wenn das so schlecht kaschiert ist. Und wenn du in den Augen nix ... Ich hoffe, dass man das bei mir halt auch sieht, die Zweifel und die Ängste und die Komplexe oder was auch immer das ist. Das macht es zumindest ... Jetzt klingt vielleicht auch wieder ... Ich schaue, wenn man das bei mir sieht. Klingt ja auch bescheuert. Aber ich sehe es auf jeden Fall bei den Schauspielern, die ich besonders gerne anschaue, sehe ich ... Und deshalb klingt das jetzt total daneben. Deshalb, also, muss ich gleich jetzt wieder revidieren, weil ich mich ... Da gibt es einige, mit denen ich mich gar nicht da in ein Boot schmeißen will. Um Gottes Willen will ich da jetzt nicht missverstanden werden. Aber wenn ich so an meine Schauspielgötter denke, den leider verstorbenen Philip Seymour Hoffman ist das beste Beispiel. Da war das neben seiner Schauspielkunst auch das, was ich da in diesen Augen sehe. Und wie man ja weiß im Nachhinein, was da alles los war. Das will man jetzt auch nicht vielleicht für sein eigenes Leben. Aber Phoenix, Joaquin oder ... Naja, es gibt da so ein paar, wo du weißt, da ... Gibt es in Deutschland jemanden, den du so anguckst und wo du merkst, boah, da ist irgendwie auf der einen Seite dieses große Können und auf der anderen Seite sehe ich, hinter diesem Können ist der größte Zweifler. Ja, da gibt es so viele, kann ich natürlich zu meinen Freunden zählen. Da werden wir auch wieder, wir haben ja eben kurz über ihn gesprochen, Tom oder da ist ... Tom Schillingen. Tom Schillingen, da ist August Diehl, Tristan Pütter, jetzt auch ein enger Freund geworden ist. Das sehe ich bei vielen. Bei weiblichen Anna Mühe, auch einer meiner engsten Freundinnen. Ich liebe, wie die spielt. Katharina Schüttler. Also das ist eine lange Liste. Das sehe ich bei vielen. Und dann gibt es auch ein paar, deren Namen ich natürlich nicht nennen möchte, wo ich das dann nicht sehe. Und dann denke ich auch, ja. Und dann war es auch manchmal wirklich tatsächlich deckungsgleich, wenn es so Leute waren, die im Ausland oder auch hier, die ich kennengelernt habe, wo ich dachte, ja. Dann halt aber auch irgendwie noch mein Cup of Tea. Und ist die Hoffnung des Zweiflers, dass er eines Tages nicht mehr zweifelt? Dass der Zweifel irgendwann vorbei ist? Weiß ich gar nicht. Irgendwann das macht, das ist so sehr Teil von einem, dass man es vielleicht dann missen würde. Also ich, das ist ja genauso wie die, dass dann doch das Vergnügen oder die Freude an Zuständen, die eigentlich nicht, Melancholie zum Beispiel, dieses sich suhlen in Melancholie, was ich ja ganz häufig in der Musik schon immer. Houston Smith-Film. Ja, zum Beispiel, bestes Beispiel. Habe ich natürlich auch, ich sollte ja acht Titel eben bei einer Radiosendung aussuchen, war natürlich dabei. Welcher Song? There is a light in the... That never goes out. And if a double-decker bus crashes into us. Today by your side. Genau, das ist, genau. Also, vielleicht genieße ich auch das ständige Rumzweifeln, da würde mir richtig was fehlen, da würde ich mich langweilen, wenn es... Also es ist schon schön, wenn es mal ausgeschaltet ist, wenn dieser komplette Motor und diese ganzen Stimmchen im Kopf mal echt, wenn die Schalter mal alle abgedreht werden. Es gelingt einem ja nur für so ein paar Sekunden, wenn so wirklich alles gut ist. Ich hatte das jetzt tatsächlich ganz doof gesagt im Urlaub, natürlich aber auch in so einem Postkarten-Moment sozusagen, weil das Meer einfach so unfassbar schön war, an so einer Ecke, wo man dann so rumwandern musste. Mit kleinen Kindern ist das ja nicht mehr so einfach, an diese entlegenen Dinger zu kommen, aber irgendwann hat man das dann geschafft. Und das war wirklich eine ganz dramatische Lichtstimmung. Auch die Jungs waren lustigerweise genauso ergriffen. Also selbst der neun Monate Alte dachte so, oh, ist das schön? Und da wirklich für so ein paar Minuten tatsächlich nur das Geräusch des Meeres zu hören und ansonsten leise im Kopf schon auch herrlich ab und zu. Großartiges Gefühl irgendwie. Kein Nörgler hier, kein Agro-Heini hier auf dem linken Ohr. Kein Zweifler, keiner, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er eine Haseln gekriegt irgendwie. Hätte ich nicht das Ding zusagen sollen? Ach, warum habe ich das jetzt? Oder wie wird es nächstes Jahr aussehen? Einfach alle die Schnauze halten und Ruhe. Und nach ein paar Minuten geht es dann wieder los. Aber wenn das passiert, ist es ein herrliches, magisches Gefühl. Ich habe mit einem Kollegen von dir gesprochen. Und der sagte, der kennt dich ein bisschen, und er sagte, auf mich wirkt Daniel wie jemand, der ganz genau weiß, was er macht. Und sehr genau weiß, welche Sachen sagt er zu, welche Sachen sagt er ab. Und er sagt, er ist ein Meister im Dosieren. Ist das etwas, was du unterschreibst? Also würdest du dem zustimmen, dass du da ganz gut darin bist? Und weil es gab eine Phase, das habe ich in einem Porträt gelesen, das ist jetzt auch lange her, wo stand dann drin, ja, es gab eine Zeit, da war er zu viel, zu präsent. Und jetzt, wenn man sich so anguckt, es gibt nicht so unendlich viele Artikel, es ist sehr ausgewählt, wir haben auch schon irgendwie, keine Ahnung, seit zwei Jahren sind wir an dem Termin dran. Und es ist irgendwie nicht so, man hat nicht, man macht nicht irgendwie Daniel Brühl und dann ist Talkshow, 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 sondern das ist sehr, 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 sehr zurückhaltend und eben auch mit den Filmen. Das ist nicht irgendwie, man hat nicht das Gefühl, aha, jetzt kommt also Acht-Uhr-Küken raus, nur als Beispiel zu nehmen, sondern es ist irgendwie sehr. Ne, genau, ich habe an, im Nachhinein kann ich noch wirklich bei jedem Projekt genau sagen, warum ich mich schlussendlich dazu entschieden habe, auch wenn es schief gegangen ist und bin irgendwie auch, ja, stolz drauf, muss ich sagen, im Rückblick, weil ich habe bei den diversen Chancen, die ich hatte, das Rundum-Sorglos-Paket zu buchen, abgesagt. Und das hätte dann irrsinnig viele Zuschauer mehr, auf jeden Fall in diesem Land bedeutet, und, ähm, ja, wäre gelaufen und, äh, war mir auch klar, schon damals, aber hat mich einfach nicht interessiert. Das heißt, ich habe dann schon manchmal auf eine, ähm, etwas schwierigere Karte gesetzt. Ich wollte schon immer das schaffen, was aber selbst dann, äh, wo man dann irgendwann zwischen den Lagern war und das ging mir auch häufig im Leben so oder geht mir bis jetzt noch so, ähm, dass ich denke, ich schwimme irgendwo in der Mitte, so, das, ähm, das fängt schon familiär an, das fängt auch mit dem Aussehen, also ich sehe weder aus wie ein Spanier, noch irgendwo, vielleicht, also auf jeden Fall eher wie ein Deutscher, aber ich war, da war es immer so ein, so ein komischer Mischmasch und, ähm, im, was Filmprojekte zum Beispiel angeht, ich wollte schon immer eigentlich Arthouse-Filme machen, die aber natürlich auch funktionieren, im Sinne von unterhaltsam funktionieren. Ähm, ähm, hab schon auch Sachen gemacht, die experimenteller sind oder, 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 oder krasser sind, äh, Sachen, die dann vielleicht zu unterhaltend wurden, aber diesen Spagat wollte ich immer, äh, schaffen und, ähm, und das ist nicht einfach und deshalb war ich manchmal irgendwie, gehörte ich weder in die Clique der erfolgreichen, ähm, Komödienmacher hier in Deutschland, weil ich mich da nie wohl gefühlt habe und auch ganz häufig einfach nicht mein Humor war, noch, ähm, war ich wahrscheinlich ein bisschen schon zu, nach Kommerz riechend für das, äh, für das Arthouse-Feld, ne, und, äh, das ist schon so ein Gefühl, aber das, wie gesagt, ich, ähm, bin froh darüber, dass ich, äh, das so, äh, gemacht habe, obwohl ein paar Dinger, äh, dann mitunter nicht so dolle geworden sind, wie ich es mir gewünscht hätte und was, ähm, die Selbstvermarktung, Presse und vor allen Dingen auch das Fernsehen angeht und Talkshows, genau, ganz häufig habe ich mir gedacht, äh, ich will nicht wie Atze da sitzen und, äh, die Zeitung aufmachen und lesen, Daniel nervt, ähm, weil, man verbrennt auch irgendwann und mir geht es ja auch in der Wahrnehmung so mit anderen Kollegen, also dieses, dieses Restgeheimnis auch zu wahren und, ähm, auch immer hier und da im richtigen Moment auch mal im Hintergrund zu bleiben, dass man sich fragt, ah, den gibt's, ach, das ist ja interessant, über den haben wir länger nichts, also dann hat man auch wieder Lust drauf, äh, das ist mir total, ähm, wichtig. Aber wie hast du das gelernt, weil du hast das ja schon, ich meine, dein größter, erster Erfolg, zumindest für mich, war dann gut bei Lenin, für dich ja auch, ähm, und du hättest ja eigentlich, da warst du ja noch ein bisschen jünger als jetzt, ne, und, äh, wir haben erst schon gesprochen darüber, ne, über die, äh, so ein bisschen, äh, 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 vielleicht Art, äh, vor zehn Jahren noch, das ist ja noch weiter zurück, also da steht eigentlich, jemand, der die Bestätigung will, kriegt diese große Bestätigung und geht den Weg aber nicht weiter, noch weiter ins Licht zu gehen, noch die nächste Komödie zu drehen, sondern macht erst mal einen Boxerfilm und macht irgendwie, die fetten Jahre sind vorbei, also geht in eine komplett andere Richtung, also was hat dir diese Sicherheit gegeben, das dann so zu machen, eben nicht, du bist nicht zum Licht gegangen, sondern eigentlich in die Mitte zum Interessanten, du bist irgendwie wieder rausgetreten aus dem Licht, in meiner Wahrnehmung, vielleicht hast du es anders wahrgenommen. Ich glaube, hat ganz viel mit meinem Vater zu tun, so eine, genau, so eine Haltung zu wahren, zum Beruf, einen Geschmack zu entwickeln, einen guten Ehrgeiz, ähm, eine Leidenschaft, auch ganz einfach zu wahren, für das, wofür man brennt und einen künstlerischen Anspruch, das ist schon ganz stark von meinem Vater, mir glaube ich, weitergegeben worden. Das hat mich sehr, sehr geprägt, so, deshalb, und ich bin ja zu vielem bereit, ne, ich fand das immer spannend, gerade im Film, mich möglichst in vielen Richtungen auszuprobieren, auch wenn es mal schief geht, aber das ist, da war ich ja immer sehr neugierig und hatte erst mal keine Probleme, ähm, mich in bestimmte Genres dazu begeben, bei den anderen, so die, die die Nase rümpfen, aber, ähm, eine bestimmte Integrität, auch so eine künstlerische, würde ich niemals aufgeben, sozusagen, und das, ähm, glaube ich, hat ganz viel mit, mit meinem Vater zu tun, würde ich schon sagen. Auch mit dem Kompliment, ich meine, das hast du mal gesagt, das größte Kompliment hast du bekommen nach Weißes Rauschen von ihm, also was dir so in Erinnerung geblieben ist, was ja ein Film ist, der, also, auch in Erinnerung irgendwie, einen Schauer über den Rücken laufen lässt, weil das so krass ist einfach, und, und natürlich auch künstlerisch eben überhaupt nicht Heiti Tai ist, sondern, nee, genau, äh, sondern richtig zur Sache geht, ne, also, deine Frau kennt dich ja durch diesen Film, weil sie den, weil sie den als Beruf gucken musste, weil du, wie nennt man die Krankheit, die du spielst? Schizophrenie. Schizophrenie, genau. Das wird dann noch als Lehrfilm gezeigt. Ich glaube, bis heute ist auch ein tolles Kompliment an den, an den Film, das war mir so gar nicht, ähm, äh, Ja, das hat genau, das. Ist dieses Kompliment deswegen so, so ein Leitstern gewesen zu wissen, okay, man macht auch etwas, du machst auch etwas, dein Vater ist verstorben leider, aber trotzdem ist ja dieser Stolz, den kennst du ja noch, welche Art Stolz kommt da eigentlich? Also, es ist ja nicht der Stolz da, es sind sechseinhalb Millionen, äh, das ist ein guter Job. Ja, ja, genau. Ähm, ne, also, äh, reagiere schon emotional, wenn ich das wieder höre, das, ähm, das hat mir wahnsinnig viel bedeutet und das kann einen auch, äh, prägen über die ganze lange Zeit tatsächlich, ja, also, dass das, äh, genau, wichtiger ist, als das brezelnde Licht und, ähm, dem auch wieder nachzurennen und dann immer wieder in dieses gleißende Licht, ähm, auf Teufel komm raus, ähm, abzukriegen, ähm, das habe ich dann früh erkannt und klar, die Verlockungen sind natürlich immer da, die können auch manchmal, jetzt in Amerika, wo ich dann auch seit paar Jahren arbeiten durfte, ähm, ganz schnöde monetäre, ne, also, da habe ich auch wirklich, blöd gesagt, richtig auch Summen, ne, mit denen dann die Amerikaner ja ganz clever sahen, wie, hast du keinen Bock, dann legen wir noch eine Schippe drauf, also, nee, äh, nee, weil also dieses sich dann, also das zu verraten, wäre total, äh, schmerzhaft, das kann ich, kann ich einfach wirklich nicht mit mir vereinbaren, und, ähm, und, genau, das klingt immer so doof, äh, stolz auf sich sein, kann man es irgendwie anders sagen, aber ich bin froh darum, dass, dass ich, dass ich da nicht gebrochen werden konnte, so, mit, mit wirklich seriösen Summen, oder mit Versprechen, oder mit, ich weiß nicht wie viele Millionen Zuschauern, und mit all dem, was dann so verlockend und funkelnd da vor einem steht, wenn ich das erreichen wollte, dann mit etwas, äh, wo ich dann selber das Gefühl hatte, da habe ich auch Bock drauf, und weil ich es wirklich auch gut finde, also, wenn man jetzt über Marvel redet, totaler Popcorn, das ist totale Popkultur schlechthin, ne, aber ich mag ja auch Pop, ähm, so, im, im Fernsehen, im Film und auch in der Musik, und das war eine, das war ein Popprodukt, was mich von Anfang total gereizt hat, ne, und da habe ich gerne mitgemacht, es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, auch jetzt nochmal, das habe ich jetzt auch paar Mal geantwortet, weil es da ja immer noch Leute gibt, die sagen, naja, ne Leute, also wenn man sich darauf einlässt, das ist vollkommen legitim, wenn man das Quatsch findet und es nicht mag, aber wenn man dann, wenn man es mag, ist das klug, das ist schlau, das ist gut gemacht, das ist Unterhaltung, auf allerhöchstem Niveau, und wenn es einem keinen Bock macht, muss man es sich nicht angucken, aber ich habe von ersten Leuten, selbst meine Frau ist angefixt, Daniel Kehlmann, Riesenfan, der hat mir von seinen Schriftstellerkollegen, Salman Rushdie, er guckt sich alles an von Marvel, also lustig, insofern, manchmal passiert ja auch sowas, dass man dann auch Spaß an dem Erfolg hat, den sowas dann kriegt, aber man auch wirklich dahinter steht, wenn man im Hotelzimmer sitzt und das Plakat hinter einem ist und man das verkauft, so. Du hast erst gesagt, das würde ich gerne nochmal herausstellen, dass du bei all den Sachen, die du gemacht hast, dass du immer weißt, warum du die gemacht hast, wie erreichst du das? Also weil ich finde das, also ich finde das eine erstaunliche, also du hast sauviel gemacht, aber dass man das so sagen kann, ist schon, ja. Ich kann mich da total erinnern, ich kann mich total im Moment des Lesens erinnern, der Gespräche und auch des inneren Zustands erinnern. Aber was ist für dich so ein Moment, wo du sagst, ja, das ist es, ich mach das? Das ist immer ganz einfach gesagt, das Lesen und meistens ist die erste Lektüre des Buches. Gutes Zeichen ist immer, wenn man das, geht es ja auch wie beim Roman nicht anders, wenn man das so richtig nicht zur Seite legen kann und es relativ zügig in einem durchliest, ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Und wenn da die Initialzündung nicht stattfindet, was ja häufig der Fall ist, ist, dass man es da eigentlich schon weglegen kann. In manchen Fällen natürlich auch, wenn es zur Hälfte oder noch weniger, wenn es so ein totaler Käse ist, der ihnen so gar nicht zusagt, dann reicht es auch weniger, muss man nicht das ganze Ding durchlesen. Aber dann erstmal muss das erste, das erste Durchlesen etwas in einem Auslösen, Geschichte und natürlich Figur und dann überlegt man weiter. Ist es so ein, wie die Amis immer so gerne sagen, is it a no brainer? Oder ist es was, was man vielleicht dann doch noch mal lesen sollte und genau, wo man noch ein bisschen Zeit für braucht. Aber es steht und fällt mit dem Buch. Und dann ist es ehrlich gesagt total wurscht, wie groß oder klein ein Projekt zum Beispiel ist. Also ich gehe jetzt nicht nur noch nach, es muss was Amerikanisches sein. Ich drehe jetzt hier nicht mehr. Oder ein Film unter so einem Budget mache ich nicht mehr. Oder ein Film von irgendeinem Erstlingsregisseur mache ich nicht mehr. Oder das und das Genre. Gut, da gibt es bestimmte Art der Komödie vielleicht. Genau, haben wir eben schon besprochen. Würde ich zum Beispiel nicht machen. Aber ansonsten offen. Also es ist die Geschichte? Ja, genau. Und wenn die nur 500.000 Euro haben, um den ganzen Film zu machen und die Geschichte der Wahnsinn ist und es für einen stimmt, dann macht man den. Der wird einen weiterbringen. Man ist vielleicht ein bisschen, ich möchte nicht zu sehr idealistisch klingen oder ich will ehrlich sein, die totale Offenheit und Abenteuerlust schwindet natürlich auch mit dem Alter. Also es ist schon jetzt häufig so, dass man ein besseres Gefühl damit hat, wenn man sagt, was hat denn der Regisseur sonst noch gemacht? Und dann reicht mir aber, wenn es ein junger ist, es wäre noch zu früh jetzt konkret zu werden, aber nächstes Jahr ist ein echt junger Österreicher. Der hat ein Buch geschrieben, das finde ich den Wahnsinn und eine Rolle finde ich den Wahnsinn. Das ist ja exakt mein Humor und der hat nur zwei Kurzfilme gemacht. Das heißt, das reicht mir aber. Aber es hat mir trotzdem eine Versicherung gegeben, so wenn noch jemand gar nichts gemacht hätte zum Beispiel, geht man dann noch das Risiko so ein, wie damals jetzt beim Weißen Rauschen. Ich meine, da hatte Hans Weingart auch schon was gedreht, aber es war so von den Umständen, wie du dir vorstellen kannst, halt ein totales, ich meine eher Hans natürlich auch, ein irrer Typ. Alle, die daran beteiligt waren, vollkommen irre. Der Casting-Prozess war voll, also alles war komplett irre. Aber das war natürlich damals für mich so, wow, was ist denn das? Das ist ja großartig. Würde ich das heute auch zusagen, so ein Projekt, wenn das Casting so laufen würde? Ich weiß es nicht. Wie war das Casting? Was war daran das Irre? Naja, erst mal, ich glaube Hans kam eine Stunde zu spät, mindestens. Okay. Ich wurde in irgendeine WG eingeladen und ich in irgendein Casting-Büro und dann hieß es, der ist gar nicht da. Ich so, okay, ja, dann schau dich aber mal um, irgendein WG mit Bewohnern. Die Wohnung relativ versifft, ja, geh mal in das Zimmer, so, keine Ahnung, wann der kommt. Okay, alles klar. Dann kommt der, dann wusste er nicht mehr, welche Szene ist. Nee, einfach improvisieren. Komplett Improvisation. Auch auf die Straße gehen, mach irgendwas. Auch krasses Zeug, so vor Passanten, wo man sich ja dann auch quasi nackt macht sozusagen und so und so. Aber ich habe ihm gleich schon dieses Vertrauen entgegen, weil ich hatte so ganz kurzen Moment zu überlegen, hopp oder top, geh ich jetzt? Ist das eine Frechheit, dass der mich jetzt zwei Stunden warten lässt und jetzt auch noch irgendein Käse und auch so österreichisch, bräsig daherkommt, bräsig daherkommt? Nee, die Szene interessiert mich und geh mal raus. Oder auch so sagen kannst du, Alter, tschö. Aber ich habe sofort in ihm erkannt, nee, das ist ein spannender, schlauer Typ. Der ist besonders. Dass die Menschen kennen. Ja, mit so einem Glück. Ja, vielleicht war, ja, 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 genau. Also damals hatte ich, genau, für jeden auf jeden Fall, für das Projekt den richtigen Riecher. Das ist, muss man sagen, immer, wenn man sagt, klar, Gut bei Lenin, weil der so Peng gemacht hat und mit dem Festival und mit diesen vielen, vielen Zuschauern. Aber eigentlich muss man sagen, war der, 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 der richtige Startschuss das Weiße Rauschen und nichts bereuen. Weil beide Filme haben zum Beispiel auch Wolfgang Becker so gefallen, der mich dann ja überhaupt nur für Gut bei Lenin besetzt hat. Ich glaube, er hatte damals andere Leute im Kopf, weil ich noch zu unbekannt war sozusagen. Und dann hat er das Weiße Rauschen gesehen und dann meinte er, ach, den Jungen will ich treffen. Und so kam das, ne? Also, ich sehe das immer an so bestimmten Filmen, die wie so ein Peak dann immer rauskommen. Deshalb kannst du manchmal auch Sachen total prima zurückverfolgen. Und das werden dann bezeichnenderweise auch echt immer dann die Filme, die einem so viel bedeuten. Also Tarantino zum Beispiel mochte die Fetten Jahre total gerne. Und die Fetten Jahre hätte ich ja nicht gemacht, wenn ich vorher nicht das Weiße Rausch mit Hans gemacht hätte. Und ich glaube, er mochte auch Gut bei Lenin sehr gerne. Und so baut dann immer, so bauen bestimmte Filme aufeinander dann auf. Und das Schöne daran ist, ist, dass sie einen dadurch auch immer das Leben lang so verfolgen. Also auch immer wieder darauf angesprochen zu werden, ist total schön. Bei Lenin war es irgendwann so ein bisschen so Fluch und Segen, weil ich dachte, irgendwann dachte ich, ich bin nur echt andere Sachen gemacht, kann ich jedes Mal noch nach 15 Jahren irgendwie in einem Dschungel in Chile. Ach nee, gibt's ja nicht. Der mit den Gurken. Der mit den Gurken, ja. Ich hab's gedacht, es gab dieses große Zeitporträt im letzten Jahr von dir und da stand Überschrift Goodbye Lenin, Star. Und da dachte ich so, wow, okay. Ja, ja, ja. Also das ist so, meine Güte. Also der hat doch wirklich viel, also wirklich sehr viel gemacht. Man freut sich immer über Sachen, die das dann so ankramt, also wo man dann denkt, ah, das könnte es ablösen. Aber selbst hier Rush zum Beispiel lief ja lange nicht so gut. Das heißt, wo so ein anderer Lichtblick mal, auch international, auf den man wirklich stolz war. In den USA ist zum Glück die Wahrnehmung ja da anders, dann wären dann andere Labels, dann war das irgendwie Alienist, was da total gut gelaufen ist oder jetzt Marvel oder weiß der Geier oder Inglourious Bastards von mir aus, auch wenn ich da jetzt nicht die Wichtigkeit hatte wie Walz oder so. Aber deckt sich denn dein Gefühl vom Dreh, wie das da vor Ort ist, wie es dir gefällt, was so der Vibe ist, du hast es gerade von Weißen und Orangen erzählt, mit dem Erfolg, der Erfolg muss jetzt nicht unbedingt sein, da sind sechseinhalb Millionen Zuschauer innen drin, sondern Erfolg ist ja auch erst mal, wird so angenommen, wie man es geplant hat. Weckt sich das? Nee, nicht immer. Ich wurde zum Glück manchmal eines Besseren belehrt, dass ich dachte, irgendwas wird totaler Schrott und das ist die Magie des Films, der ich ja jetzt endlich mal beiwohnen könnte, aber davon ist man ja ausgeschlossen, das wird ja immer so von einem ferngehalten, ist der Schnitt. Zum Glück, da sollte ja auch kein Schauspieler drin sitzen, aber was man weiß, was da möglich ist, man kann es natürlich immer noch verschneiden, aber die Umstände der Dreh von Goodballedien waren wahnsinnig anstrengend und mit vielen Pannen verbunden und ewigen Arbeitszeiten und echt einer Stimmung, die irgendwann echt nicht gut war, wirklich auch vom Pech verfolgt, was das Wetter und alles, also es war richtig Moch und Nachdrehs und Nachdrehs und so. Ich wusste nur immer, dass beim Buchlesen, da war ich noch sehr jung, da habe ich Elefantenherz, damals geht es um Boxerfilm, genau, den ja dann keiner geguckt hat. Den hat keiner geguckt, das war so witzig und da habe ich das Buch gelesen und ich dachte, die Idee ist einfach genial, also die Idee funktionierte beim Lesen schon so gut, da dachte ich, das ist super, was der Sohn da für seine Mutter veranstaltet, das ist irgendwie, das ist, irgendwie finde ich das gut, aber beim Drehen, auch bei dem ersten langen Schnitt weiß ich, wie enttäuscht Wolfgang war, das gab so einen Rohschnitt, da war es ganz still, da hat keiner dran geglaubt und da wurde nochmal ewig geschnitten und nochmal nachgedreht und dann wird, wird dann sowas, was plötzlich den Nerv so trifft, aber das hat auch so viel, beim Film ist ja faszinierend, was das mit einem Zeitgeist, mit einem Timing, mit einer Stimmung zu tun hat im Land oder sonst wo, der Film ein paar Jahre später hätte lange nicht die Zahlen gemacht oder ein paar Jahre davor, dass man spürte so dieses Thema auch der Ostalgie und auch noch gewisse andere Euphorie oder Interesse auf so eine Art, auf so komödiantisch damit umzugehen, war total, lag so im Raum, es waren so zehn Jahre verstrichen, das war irgendwie ein gutes Timing und da hofft man immer drauf, wenn man selber was rausbringt, ich meine, gut, jetzt sowieso hat man mit ganz anderen Kräften noch zu tun, also wenn jetzt Mitte Juli mein Film rauskommt, dann muss man sich sowieso fragen, wie sieht es bis dahin denn jetzt wieder aus, darf man ins Kino, gibt es noch Kinos, das ist ja nochmal so ein Extrembeispiel, aber es hat mit so vielen anderen Faktoren zu tun, ob was ein Erfolg wird oder nicht, das finde ich immer faszinierend, deshalb finde ich Verleiharbeit auch immer so spannend und versuche mich auch da jetzt einzubringen, soweit es geht, wie bringt man Film raus, wie schafft man es, die Leute von etwas zu begeistern, das ist echt eine Kunst, also und das ist dann paar Mal halt geglückt bei Filmen und paar Mal halt eben auch nicht. Gibt es einen Film, der unentdeckt ist, wo du sagst, den sollte man sich angucken? Von mir? Naja, keiner hat gesehen, wahnsinnig wenig Leute, ich spiele ja nur eine Nebenrolle, aber habe den als ersten Film produziert von Julie Delpy, der ist My Zoe, das ist ein harter Film, aber ein wahnsinnig interessanter und kluger Film, der mir richtig viel bedeutet. Ich weiß noch, wie ergriffen ich war, als ich das las. Das ist ja dann auch so ein Merk, wie der Genre wechselt. Das fängt halt an wie so ein, muss man sich halt auch drauf einlassen, das ist ein Drama zwischen einem Paar, was sich zerstritten hat, ein gemeinsames Kind haben, das Kind stürzt irgendwann, die Babysitterin will das aber nicht so richtig erzählen, weil sie sich schämt oder nicht traut und dann geht es mit so einem Nasenbluten los, aber kurze Zeit später sieht man, wie dramatisch es war und kurz gesagt, also die Tochter stirbt und die Frau, die Mutter, die auch in der Wissenschaft tätig ist, setzt sich in den Kopf, dieses Kind neu zu erschaffen, also zu klonen. Das heißt, sie will nicht ein neues Kind im Sinne von nochmal schwanger werden. und dann wird dieses Kind. Also so, das ist ein total interessanter, harter, aber wahnsinnig toller Film und das hat leider nur im sehr Kleinen funktioniert sozusagen. Also das würde ich schon Leuten ans Herz legen, weil ich den Film sehr, sehr mag. Was würdest du sagen, ist dein Antrieb bei all dem, was du so machst? Was liegt da so? Gibt es eine Frage, die du dir immer wieder stellst? Gibt es so ein, oder ein Ausrufezeichen, dem du so nachgehst? Nicht wirklich. Also ich versuche jetzt irgendwas Schlaues zu sagen, was nicht zu platt und abgedroschen klingt, aber es ist, wenn es nichts ist, dann bitte. Es steht und fällt, man ist Geschichtenerzähler. Das ist das, was mich antreibt, auch bei dem Beruf. Und als Schauspieler trägt man auch mit dazu bei, noch schöner ist das Gefühl, wenn man sie selber erzählen kann, wenn man sich selber eine Geschichte ausdenken kann und sie erzählen kann. Und das ist einfach das Wunderschöne an diesem Metier und das, was mich allgemein im Leben antreibt, ist die Suche nach Geschichten. Das Neugierige durchs Leben gehen, das Beobachten von Menschen, das Beobachten von Situationen, ist mein größtes Hobby, würde ich sagen. Das ist das, was mich beflügelt und frisch und am Leben hält, weil es eigentlich immer die Suche ist wie eine Jagd nach Geschichten. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich irgendwas beobachtet habe und sei es, dass ich dann abends nach Hause komme oder nachmittags, hoffentlich ist es heute wieder der Fall, und meinen Jungs oder meiner Frau zum Beispiel eine gut erzählte Geschichte. Sollte man übrigens auch in der Schule mehr beherzigen. Es fällt mir ganz häufig auf, dass Leute nicht eine Geschichte, eine Anekdote, ein Witz ist ja nochmal eine andere Kunst, ich kann mir auch keine Witze behalten, aber die nicht gut und strukturiert und mit Witz und mit Werf etwas erzählen können. So, das können viele nicht. Mein Witz ist auch nicht verlangen, dass es jeder ist, weil die Stärken sind ja unterschiedlich, muss halt nicht jeder, aber dass das ein Unterrichtsfach, der Rhetorik, hat es bestimmt mal gegeben oder der des Geschichtenerzählens einfach nochmal bestärkt wird. Also bei vielen jüngeren Menschen fällt mir das auch auf, dass da irgendwie nicht mehr so unterhaltsames, gutes Erzählen von irgendwas, von was einem heute so passiert ist, sodass die Leute gerne zuhören. Ich komme gleich nochmal dazu, weil da will ich gerne noch kurz was mehr wissen. Ich will nur einmal einen Meter zurückgehen und zwar zu diesen Geschichten erzählen als Antrieb. Um was? Um die, um die Leute zu begeistern. Ja. Um die Leute zu berühren, zu erfreuen, zum Nachdenken zu bringen. Genau. Das würde ich sagen. Und für sich selber auch am meisten mit diesem einen Leben, was man nun mal hat, auch herausgezogen zu haben und gesehen und gefühlt und erlebt zu haben. Und das kann man halt in Geschichten so mannigfaltig und ist nicht nur beschränkt auf seine eigene Geschichte, auf sein eigenes Leben, sondern kann sich in Räume, in Zeiten, in Bereiche, in Welten, in ganz anderen Kosmos selber entführen und dadurch ein tiefes Glück empfinden. Aber natürlich hat es ganz viel damit natürlich auch zu tun, dass man andere daran teilhaben lässt. Und wenn das auf einen zurückkommt, ist das ein sehr, ein sehr wohltuendes Gefühl. Ich würde noch kurz, bevor wir zum Ende kommen, dieses Geschichten erzählen. Das finde ich interessant. Also stellen wir uns mal vor, du gibst hier so einen Online-Crash-Kurs und also was ist wichtig, wenn man eine Geschichte erzählen will? Oder wie würdest du das beibringen wollen? Du sagtest gerade, es wird ja nicht unterrichtet, aber es sollte eigentlich unterrichtet werden. Ja. Worauf kommt es an? Sie muss nach vorne gehen, an langweiligen Details, die niemanden interessieren. Schnell zu wissen, wie man sie durchfiltert. Schnell im Kopf zu sein und zu wissen irgendwie, das tut nichts zur Sache. Weg. Wenn was aufgehübscht werden muss, Print the Legend, wie man so schön sagt. Also bei mir ist bei jeder guten Geschichte auch mindestens eine kleine Lüge oder Übertreibung dabei. Den Mut dazu zu haben, wenn es im Geiste der Geschichte, wenn es die Geschichte einfach runter macht, scheißegal, wenn es ein bisschen gelogen ist. Ganz wichtige Lektion. Ein gutes Tempogefühl haben. Nicht zu episch werden, wenn es das nicht hergibt, die Geschichte. Wenn sie es ist, klar, sich auch den Mut zur Länge zu nehmen und es auch nicht zu verkürzen. ein Gefühl für die Geschichte zu haben. Was ist sie? Ist sie eine gute Kurzgeschichte? Ist sie ein Roman? Ist sie unterhaltsam? Ist sie tief traurig? Auch das wichtig einzuschätzen, in was für einem Genre bewegen wir uns. Und dann erzählt man das Anekdödchen entweder so oder so. Ich weiß, bei einigen Geschichten wusste ich schon, jetzt kann ich mir richtig Zeit lassen. Da kann man die Leute sagen, komm, macht euch die Flasche Brandy auf, jetzt wird es ein bisschen länger. Also die Leute auch da gut an die Hand nehmen sozusagen. Und allein wie man es spricht oder vorträgt, schon mal so ein Gefühl dafür geben, wo man sich jetzt gerade befindet. Und wenn das Kino dann funktioniert oder auch klar das Theater oder was auch immer, dann ist es ja auch das, wenn man sich der Zeit nicht mehr bewusst ist. Wenn du wirklich in ein Paralleluniversum hineinkatapultiert wirst. Und es ist ja auch nichts anderes als eine gute Art der Hypnose. Wir sind ja quasi bei einem Film schauen unter so einer Art Hypnose, die, wenn sie gut ist, einfach ist das doch wunderbar, in so einer Raumzeitkapsel zu sein, wo man wirklich mal entführt wird. Und wenn das halt nicht funktioniert und gut gemacht ist, dann merkt der Zuschauer das halt auch. Und das, wie gesagt, kann man auch im Kleinen, sollte man das erlernen. Und das waren meine ersten Erfolgserlebnisse auch in der Grundschule. Ich habe da Zeug erzählt, gelogenen Kram irgendwie, immer, wenn ich vom Urlaub kam, irgendwelche Märchen erzählen. Aber ich hatte dann immer so eine Traube um mich rum. Das war dann schnell meine Position, die ich gefunden habe, die mir unheimliches Selbstbewusstsein gegeben hat. Ich war jetzt weder der beste Sportler, noch war ich der stärkste und schönste. Und dann sucht man sich so als Kind und Jugendlicher so seine Nische. Und dann wusste ich ziemlich schnell, dass das ist es. Und damit kriege ich die Lehrer sogar in meinen Bann gezogen. Die glauben mir das alles. Und die Mitschüler. Das hat mir immer sehr viel Halt gegeben und sehr großen Spaß gemacht und Befriedigung verschafft. Genau. Aktiv nach Geschichten Ausschau halten und die dann auch wiederzugeben. Und wie gesagt, ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, da kriege ich schon immer die Krise, wenn sie anfangen, irgendwas zu erzählen, weil ich dann schon einschlafe nach zwei, drei Sätzen. Und den würde ich gerne, das kann man aber nicht machen. Das ist natürlich furchtbar, zu sagen, bevor du jetzt weiterredest, soll ich dir mal, oder das könnte ich, glaube ich, wirklich, vielleicht ganz gut, sag ich mal, einen kleinen Kurs, diese ganzen Nebensätze mit irgendwelchen Kleinstdetails, das kannst du alles weglassen. Lass es einfach weg. Interessiert keinen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sitzen hier in der Eckkneipe und Peter Kurt ist dabei und Hanna Herzsprung ist dabei und ein paar Leute, die du gut findest, die du gern unterhältst. Was würdest du denen erzählen? Welche Geschichte würdest du denen erzählen, die dir im letzten Jahr passiert ist? Ja, die hat leider, oder was heißt, die hat viel mit Peter zu tun wahrscheinlich. Deshalb wäre es für Peter, glaube ich, langweilig. Wir können auch, also letzten Endes, ich meine, du hast ja so mit zwei großen Namen für mich zu tun gehabt. Einmal mit Niki Lauda und einmal auch mit Quentin Tarantino. Den können wir auch nehmen, wenn du sagst, du willst eine Anke haben, aber was auch immer. Ich würde... Eine Geschichte. Jetzt muss ich gut überlegen, ob wir den Zeitraum dann auch sprengen, aber... Ich glaube, danach würde ich noch drei schnelle Fragen stellen. Ah ja, es gibt eine schöne Geschichte, die liegt aber schon länger zurück. Da wusste ich, da ködere ich auch so Leute, auch Leute, die anspruchsvoll sind, weil sie ja selber gut Geschichten erzählen und selber auch häufig gute Geschichten hören. Die trug sich in China zu seiner Zeit, wo ich mal ein paar Monate verbracht habe. Und die war lustig und entwickelte sich zu einer magischen Geschichte. Also ich fuhr alleine nach Peking, weil ich in Shanghai arbeitete und eigentlich immer nur fest hing in Shanghai und dachte mir, jetzt bist du schon mal in China, jetzt willst du auch was anderes anschauen. Bin dann auch in den Süden gefahren, aber war erst mal in Peking und hatte einen Kontakt zu einem chinesischen Opernsänger. So dachte ich, weil ich nicht richtig zugehört hatte. Und dieser Mensch holte mich auf jeden Fall ab. Mir wurde auch gesagt, was seine Ausrichtung ist. Und also fragte ich ihn auch gleich, ob es eine große Szene gäbe in Peking, um ihm gleich klarzumachen, dass ich als Europäer da sehr aufgeschlossen und offen bin. Und er reagierte schon sehr irritiert und fragte, nee, aber interessiert es dich, willst du da hin? Und dann, nee. Und dann macht er das Radio an, es lief New Order und er sang wahnsinnig schief dazu und dachte mir irgendwie, also als Opernsänger hat er irgendwie auch kein, auch kein besonderes Talent anscheinend. Und es stellte sich dann raus, dass er ein Restaurant hat, was einem chinesischen Opernsänger aus den 20ern gewidmet ist. Das heißt, alles war ganz alt, alte Gärten, Grammophone, kein Möbelstick war neu. Und, und, und das war schon mal ganz was Besonderes. Und dieser Mann hat mir dann Peking erschlossen. Und dann wurde es ein wirklicher Trip. Zuerst mal unterbrechen die auch, wenn irgendwas ganz spannend ist, das Essen. Also ad hoc. Ich, mir wurde die Ehre zuteil, mit ihm alleine zu sitzen auf dem Boden und es wurden die absoluten Köstlichkeiten serviert. Alles in so 30er Jahre geschirmt. Mitten im Essen, nur weil ich gesagt hatte, den und den will ich treffen. Kam so ein Zeichen und ich musste die Stäbchen fallen lassen und es ging weiter. Es wurde nämlich ein Geburtstag gefeiert von einer Schauspielerin, die ich fantastisch fand. Und die war mit ihrer, was ich wiederum nicht wusste, ihrer Theatertruppe unterwegs in einem Privatrestaurant, wie die Chinesen das ja gerne machen, in so einem privaten Raum, wo man nur unter sich ist. Und ich wurde dazu verlockt, dieses, ich hab dich lieb zu sagen, Wohihwani, irgendwie, nachdem man irgendwie ein, zwei chinesische Schnäpschen getrunken hatte und Biere. Und plötzlich ließen die alle ihre Stäbchen fallen, froren ein. Ein Mann wurde richtig laut. Und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Und nur einer, mit dem ich ja, den ich ja kennengelernt hatte, der Mann, der mich abgeholt hatte vom Restaurant, meinte zu mir, das sagt man hier nicht. Und du hast die Frau dabei angeguckt, während du gesagt hast, ich hab dich lieb, das ist ihr Freund und der flippt gerade richtig aus. Und ich seh, was kann ich denn jetzt machen? Der so, na, das könnte böse werden. Und ich so, Gott, das kann ich nicht machen. Ich bin allein in Peking, in diesem privaten Restaurant. Ich konnte, ich hab schon geguckt, wurde er ganz feige, muss ich sagen. Also bei 20 Leuten, die es waren und einigen Typen dachte ich, wo ist der Hinterausgang? Der ist dann raus, ans Telefon, hat geschrien. Ich hab gesagt, was sagt der denn? Der so, naja, dass er jetzt auch noch Verstärkung holt. Und keiner mehr hat mich angeguckt, dieses Gesichtsverlust. Keiner an dem Tisch hat mich angeguckt. Ich mein, ich hab mich fast unter Tränen. Ich hab gesagt, das ist so ein Kulturschock für mich. Wenn ich jetzt irgendjemanden respektlos behandelt haben sollte, dann tut es mir irrsinnig leid. Es tut mir wirklich leid, um es ein bisschen abzukürzen. Er kam rein, stellte sich auch noch vor mich, ging in irgendeine Kampfpose und fing dann an zu lachen, der ganze Tisch fing an zu lachen. Es war eine Theatertruppe, alles waren Schauspieler und wollten mal gucken, wie so ein Europäer auf so einen Scherz reagiert. Ich fand es so halbwitzig, weil ich wirklich dachte, ich werde kung fu, ich werde einfach zerlegt und werde in kleinen Scheibchen, es wird nie jemand erfahren. Ich hatte auch gar keinen Empfang. Ich hab schon auf meiner Handyproduktion war in Shanghai, ich war alleine unterwegs. Und um das jetzt wirklich kurz zu machen, weil das eigentlich Tolle, der Höhepunkt dieses Abends ist, dass diese Schauspielerin, die ich so toll fand, mit ein paar ihrer Freundin gesagt hat, es geht noch weiter. Ob ich mal wirklich einen tollen Typen treffen wolle, einen alten Herren. Und dann kam ich irgendwann an, es ging durch so einen Bambuswald. Irgendwann dachte ich mir, werde ich jetzt doch nur um die Ecke gebracht, weil ich erkannte auch gar nichts mehr in Peking. Also der dichteste Bambuswald und im Mitten ein irrsinniges Haus, was schon schwach erleuchtet war. Die Tür ging auf, ein älterer, wahnsinnig elegant gekleideter Herr mit lang weißem Bart. Ab dann wurde die Bewegung, wurden alle langsamer. Da wurde auch so ein Pfeifchen geraucht, also kein Opium, also eher so ein starkes Haschischwur, ging dann auch rum. Ich war dann auch selber davon, war nicht abgeneigt. Und alles verlangsamte sich so. Ein paar so richtig schicke Werber aus Hongkong saßen plötzlich da in diesem irrsinnig großen Haus. Dann wurde mir gesagt, das ist ein ganz berühmter Malerseite, so Kalligrafien, aber im ganz großen Stil macht. Und dann merkte ich, ich hemme immer die Kommunikation und halte es so auf, weil alle auch so leicht bekifft waren. Die Augen wurden immer roter und so. Und ich dachte irgendwie, und sie kicherten auch so, dass ich manchmal nicht verholen konnte. Und dann fing die Paranoia an. Mögen die mich überhaupt noch? Und irgendwann meinte die Schauspielerin, immer nur so geflüstert plötzlich, und mich dann so hart aufzustehen, ihr zu folgen und mit Handzeichen. Ich so, ja. Und dann schlichen wir durch dieses Haus und kamen irgendwann an so eine Glasfront und ich guckte durch und da saß ein Sessel in so einem riesigen Raum und aus der Wand wuchsen Baumstämme und Äste in einen Raum rein. Und da habe ich mich wirklich gefragt, zu dem Zeitpunkt, boah, war das stark. Also ist das jetzt echt? Weil in so einem Haus, so einen Raum, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Vollkommen irre. Und dann meinte sie, rein, rein, rein. Ich so, ich soll reingehen. Dann gehe ich rein, sie macht die Tür entlang zu und lässt mich alleine. Und dann dachte ich noch so kurz wie Asi. Dann sind sie mich einfach losgeworden, weil ich die ganze Lustigen unterhalte. Ich habe die halt aufgerechnet, schicken die mich jetzt einfach in diesen Raum und schließen hinter mir zu. Ich bin alleine. Und ich so wie Asi. Und um das zu verarbeiten, habe ich mir einfach in diesen Sessel reingesetzt. Und plötzlich höre ich so, und dann die schönsten, noch nie in meinem Leben vorher gesehen, bunten kleinen Vögel, rauschen um mich rum und setzen sich auf diese Äste und sind in diesem Riesenraum. Der schönste, umfassbarste Raum, in dem ich mich jemals befunden habe. Und irgendwann, als ich selber vollkommen weggehauen war von diesem Moment, drehe ich mich um und sehe, wie sie alle am Fenster dahinter stehen und wieder so kichern. Und dann gehe ich wieder raus und sage, it's good, it's the room of inspiration for the master. So, und genau. Und jetzt reicht das, glaube ich. Sonst könnte ich doch ewig weiter erzählen. Aber das war eine Geschichte, die sowohl meinem Vater als auch August, wo er immer meinte, die musst du auch mal aufschreiben. 100 Prozent. Die würde auch so ein bisschen weitergehen noch mit noch ein paar lustigen Elementen. Aber ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht enttäuscht. Und du denkst dir, ja, das ist Geschichten, das ist ja sau langweilig. Nee, ich fand es total gut. Ich habe mich die ganze Zeit wirklich gefragt, was passiert als nächstes? Ja. Und das ist, also danke, dass du es erzählt hast. Ja. Und das ist vor allen Dingen auch das, was ich an dem an so gut finde. Ja. Das ist so, wir haben den angemacht, ich habe den Link bekommen und wie das so ist, man legt sich so ins Bett rein und sagt, ja, der kommt in zwei Wochen und wollen wir den mal gucken? Ja, ich bin schon ein bisschen müde. Okay, ja, dann gucken wir uns den an und machen den dann so an und dann fängt der so an und ich habe den am Anfang, ich habe nichts gelesen vorher, wusste gar nichts und dann geht diese Geschichte, nehme ich die ganze Zeit nach vorne und es hat mich, und es hat mich so, ich war so richtig, ich habe dann den nächsten Tag Hannah Hertzsprung hier getroffen und habe gesagt, das ist so ein geiler Film. Ach, das freut mich. Und weil es, vor allen Dingen, das Geschichten erzählen ist und das völlig, man weiß überhaupt nicht, was als nächstes passiert ist. Es gibt so eine Szene, wo du auf die Toilette gehst und man sitzt so davor und ich habe wirklich, was? Also, und es passiert gar nicht so viel dann, vielleicht, ein wenig zu viel Spoilern, aber es ist, es schafft es in der ganzen Zeit so eine Spannung nur mit zwei, im Grunde hauptsächlich zwei Personen mit dir und Peter und das freut mich, das freut mich wirklich sehr. Und das ist, weil wenn das nämlich nicht passiert wäre, dann, das war mir bewusst, so ein Kammerspiel ist halt das Problem. Also, du willst nicht, dass die Leute nach 20 Minuten denken, boah, bitte, geht mal aus dem Raum raus oder ich gehe raus oder macht irgendwas. Das heißt, wir wussten ja, muss immer, die Schraube muss angezogen werden und das ist natürlich vor allen Dingen Peter Kurt auch in seiner Schauspielkunst, der das so intensiv, magnetisch immer wie so eine Spinne, die ihr Netz dann immer weiter spinnt, aber Daniel Kähmann zu verdanken, der diese wahnsinnig tollen Dialoge geschrieben hat, die so einen Spaß machen. Die machen Spaß und vor allen Dingen dieses, was auch eine Geschichte ausmacht, habe ich mich gemerkt und das merkte ich jetzt auch, wie du es erzählt hast gerade, immer mal wieder kurz rausgehen und dann wieder reinkommen. Das hast du, das ist in dem Film auch richtig, richtig gut. Also du solltest auf jeden Fall, also falls das mit dieser Schauspielerei vielleicht doch nichts wird, Daniel, also es kann ja sein, man weiß ja nie, man weiß ja nie, dann vielleicht doch an die Schule und Geschichten erzählen und so reden. Ich habe zum Ende noch drei schnelle Fragen. Ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Reiten, muss ich. Ich habe es mal gelernt, aber man wird nicht jünger und es geht in, genau, auch für ein Projekt, aber ich habe Bock drauf, weil ich, ich hatte damals sehr großen Respekt vor Pferden, wenn die sagen Angst, weil ich das als Kind irgendwie nie gelernt hatte und dann ist das ja immer das Schöne, wenn es dann irgendwann Klick macht und man denkt, ach, es geht ja sogar, es macht ja, es macht ja Freude, es ist ja was Tolles, Tolles Gefühl, aber das ist, das liegt jetzt auch schon wieder echt lange zurück und ich muss auf jeden Fall auffrischen. Ich würde jetzt nicht mehr mit so einer Angst da rangehen, weil ich es ja schon ein bisschen kenne, aber das muss auf jeden Fall aufgefrischt werden. Also aus mir ist damals jetzt kein Springreiter geworden. Was denken andere über dich, was vielleicht nicht stimmt? Dass ich nicht aufbrausend und jähzornig und aggressiv sei, das ist leider der Fall. Selten, muss man jetzt aber auch sagen, also es ist jetzt nicht so, als müsste ich das permanent unterdrücken, aber genau, ja, dass ich zweifelnder und düsterer bin, als man es so meinen könnte. Aber ich bin ja selber schuld, weil ich verkaufe die Karte des Kölschen Lustigen natürlich bewusst gerne. Das ist ja der, das ist ja. Aber du hast es ein bisschen verloren heute. In der zweiten Hälfte. Ja, so ein bisschen genau. Ja, du, aber wenn jemand ein Gespräch so gut führen kann wie du, das ist ja wiederum dann auch die Kunst, die du halt beherrschst, dann erzählt man sowas halt auch. Ich schiebe noch schnell eine dazwischen, bevor die letzte kommt, weil du so viel über Geschichten erzählt hast und wir so viel über das geredet haben und du ganz offensichtlich jemand bist, der wahnsinnig viel liest. Welches Buch sollten sich alle Menschen, die das jetzt hören, nach dem Gespräch durchlesen? Oh Gott, da tue ich mir immer so schwer, weil immer so, was ist der eine Song, was ist das eine Buch, was ist der eine Film, das ist, ich muss dann immer darüber nachdenken, weil ich das neulich auch für irgendeine Literaturzeitschrift mir da oder was es so recht liegen muss. Achso, naja, doch, ich habe jetzt gerade wieder über den gesprochen, weil der Kontakt zu Kehlmann ist deshalb so toll, weil ich über ihn so viel gelernt habe und von ihm, aber weil er mir auch immer Leute vorstellt und wir haben dann festgestellt, dass ein Autor hier in Deutschland gar nicht so bekannt ist, wie er es eigentlich sein sollte und das ist ein Ungar, der da heißt Georgi Dragoman, den habe ich dann in Budapest letztes Jahr, Anfang letzten Jahres kennengelernt und wir haben Zeit verbracht und er hat mir viel über Budapest erzählt und der, ich habe beide Romane verschlungen, der erste ist auch bekannter, heißt der Weiße König und der zweite heißt der Scheiterhaufen, beides erzählt aus der Perspektive von Kindern, verschieden alt, das eine mal ein Junge, das andere mal ein Mädchen und ich finde das absolut meisterlich, wie der schreibt, aber kennen hier viele nicht. Ist doch super, haben wir doch direkt zwei Bücher für den Sommer, auch wenn sich jetzt erstmal der Scheiterhaufen. Es klingt auch, nee, nee, der macht, sie sind schon, genau, haben auch ihre Härte, aber es ist jetzt nicht der Scheiterhaufen, also beides wirklich zu empfehlen, man sollte sich nicht abschrecken lassen von irgendeinem Titel. Und zum Schluss, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche draufstehen würde, außer Werbung. Was würdest du draufschreiben? Nebenan ab 15. Juli Deswegen sage ich keine Werbung. Ich habe kurz, ich habe wirklich kurz gedacht, es ist so schwer, weil diese Zeit so aufgeladen ist. Es hätte noch immer Jod gejangen. Den nehmen wir, das finde ich richtig gut. Das finde ich. Ja, das ist, das passt. Daniel, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ich hoffe, dass deine beiden Söhne und deine Frau noch ganz, ganz viele Geschichten von Dürren. Dankeschön. Ich danke dir vielmals. Dankeschön war das. Danke. Das war Daniel Brühl. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich. Ich finde es, gerade nochmal beim Anhören, sehr, sehr faszinierend, wenn Menschen durch ihr Handwerk eine Wirkung ganz bewusst erzeugen können. Mir fällt das immer wieder bei SchauspielerInnen auf. Sie wissen, wie sie wirken und wie sie Wirkung erzeugen können und darin ist Daniel Brühl ein absoluter Meister. Ihn so im Raum zu begegnen und auch jetzt nochmal zu hören, das ist wirklich Weltklasse, muss man echt sagen. Ich mochte sehr diese beiden Versionen von ihm, die er ja auch geteilt hat. Diesen Typen, der mit jedem Kiez quatschen will und connecten will und dann aber den Zweifler und Nörgler in den eigenen vier Wänden. Schaut euch unbedingt seinen Film nebenan an. Da kommen diese beiden Typen nämlich auch irgendwie zusammen. Es ist wirklich beeindruckend und ich schaue mir den auch nochmal an und werde den auch nochmal anhören, denn darauf müsst ihr achten, die Musik ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich bei den Supportern, bei Heineken, natürlich bei Motel One, wo ich gerade das hier aufnehme und bei Messenger People. Herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, an Jan Köppen für die Musik und bei Maximilian Frisch, der das hier schneidet und mixt. Ab und zu gibt es am Ende ja eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören und ich empfehle das, was ich mir jetzt direkt als nächstes anhören werde und zwar gibt es eine neue Folge Durch die Gegend und das ist ein Podcast von Christian Möller, einer meiner Lieblings Interview-Podcasts sowieso. Christian Möller geht mit seinen Gästen immer spazieren und in der aktuellen Folge, das passt hier sehr gut, spaziert er mit Wolfgang Niedegen am Rhein und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt spazieren am Rhein, werde bei Wolfgang Niedegen zuhören und vielleicht macht ihr das auch, vielleicht seid ihr auch gerade in Köln oder ihr seid in Hamburg, da könnt ihr um die Alster laufen oder in München an der Isar oder, oder, oder. Schickt mir gerne ein Foto, wenn ihr das macht oder vielleicht auch jetzt hier zum Hotel Matze, wo ihr das gehört habt, das freut mich immer. Einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Spaziergang. Bis nächste Woche, euer Matze. confirmed, weißte. Was新 Hihan Bis zum nächsten Mal.